Wie geht das jetzt? Ah, dann kriegt man schon Sachen. Wie geht denn das? Hallo! Das Spiel beitreten, ne? Hallo! Ich muss das Spiel dann doch ein bisschen leiser schalten. Das ist doch noch ein bisschen arg laut, ne? Ein bisschen arg laut. Ja? Die da hier? Ja, genau. Guck mal, was für eine Tasse musst du drücken, um auszupacken. F? Ah, ich muss noch mal. Okay... Warte, ich muss noch mal die Lautstärke... Mach du, Mama, die Lautstärke. Mach du, Mama, die Lautstärke. Mach du, Mama, die Lautstärke. Kann ich die Ansicht ändern? Ich dachte, du kannst eigentlich nur mit der rechten Maus nicht umgucken. Und, äh, mit dem Rädchen kannst du halt näher heranzoomen und, äh, weiter wegzoomen. Aber aus der Ego-Perspektive kann ich nicht gucken, ne? Ne, ich glaube nicht. Und Melon ist halt auch so ein komisches Ding. Also, der größte Feind, den ihr hier momentan handelt, ist, glaube ich, die Sache mit der Luft. Ja, hinten an eurem Rücksack, so eine Luftanzeige, die wird immer weniger. Luft-upfeln tun die hier immer, wenn ihr dann hier sind, von eurem Stützpunkt hier. Na ja, Stützpunkt könnt ihr uns hier erweitern. Ich glaube, da muss man jetzt Sachen bauen. Ähm, aber wie... Oh! Verbinde Drucker mit Strom zur Unterkunft. Ah, jetzt fähre ich nochmal. Komm mal hier, das läuft ja ein größerer 3D-Drucker, also ein kleiner 3D-Drucker. Der hat hier unten so einen Schniepel, den müssen hier in den Raumschrifter reinschieben. Schniepel? Und wie geht das? Ah, so eine Steckdose, der Kabelstecker. Nein, linker, äh, mit Linksklick. Oh, tipp mal zwischen sein Bähnen. Nee, nicht aufbauen. Na, wat denn? Und wie kann ich was abbauen? Wie kann ich denn was abbauen? Ähm, und sie kann schon... Ich muss erst mal gucken. Ah! Ah! Da kannst du Löcher buddeln. Oh, wollte ich gar nicht. Oh, dein Energiekrank ist gut. Kann ich den Baum nicht kaputt machen? Ich glaub, du musst die Wurzel rein, sie freie Mann dafür. Ah, warte. Ich muss mich scheiß ich selber erst mal rinnen finden. Baum fällt? Und jetzt habe ich ein Loch gemacht. Also du sammelst im Grunde nur Mineralien und irgendwelche Ressourcen, die du unterwegs sag ich mal, äh, findest. Du musst halt abbauen. Und du versteckst gleich. Wo seh ich das? Auf deinem Rucksack ist so ne Anzeige, die wird von blau und von schwarz. Und wie kann ich mich aufladen? Ah, so. Ah, wie geil! Schminker? Ja? Pack mal dein XXL-Riemen mal ganz kurz weg. Wie geht das? Die selbe Tastung, wie du den rauskommst. Mit E. Jetzt klickst du mit links dick unten auf diesen Kabelstecker. Ja? Ja? Jetzt steck den mal hier in die Basis. Ja, hab ich. Oh, warte. Ich muss mit der Steuerung noch zurechtkommen. Ah, ja. Okay, da ist schon Strom. Warte. Ich guck schnell, ähm, wie man was macht. Ich versteh nix. Ähm. Ah, das hier ist mein Liebling. So. Aber man kann auch schnell laufen. Ja, stimmt. Oh. Sammel mal ein. Ja. Ploppy. Jawohl, die Dinger, Leute, können wir auf jeden Fall mal insammeln. Mach nicht so große Löcher. Äh, mit E. E. Ach, mit E. Ach, mit E. Ah, wie geil das. Jawohl, wir müssen hier auf jeden Fall die ganzen Dinger wegspulen, wegsaugen. Äh, oh Gott. Ich hab voll ein Loch reingebaut. Von der Story her mitgetein im Internet. Wieso sowas wie ne Forschungsgruppe, wo fremde Planeten erforschen dort. Aber wieso kann ich den Baum denn da nicht? Oh, guck mal. Ich hab da was. Ich hab da was. Kann ich doch auf jeden Fall mal mithöhlen. Ich glaub, die Dinger, die muss man erforschen, neuer. Ich sterbe gleich. Ja, das ist schlecht. Oh, warte. Puh, ich brauch Luft. Ähm, da ist es. Und wie geht das? Ich glaub, du musst mir erstmal so ein Forschungszentrum bauen oder sowas in Richtung. Echt? Ja, ja, du musst jetzt in Ordnung deine Basis erweitern. Da steht, kompatibel mit Forschungskammer. Ist das die Forschungskammer? Ich hab's grad erst mal gucken, wie könnten wir da nochmal? Ah, ja. Ne, das ist nicht die Forschungskammer. Ah, ja. Was ist geschirkt? Ich kann nur gucken, was man benötigen dort. Ah. Wenn Sachen so einfach zu bauen. Oh, ich bin ein Weltraum. Mensch, du, 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 du. Okay, wir brauchen Harz. Äh. Wir sollen Harz suchen. Scheiße. Aber wie sieht denn Harz aus? Muss ich jetzt erstmal rausfinden? Ich weiß. Ich hab nämlich irgendwas eingesammelt, was recht harzig aussah. Aber wo finde ich das denn jetzt? Kann ich denn jetzt irgendwas damit machen? Was wolltest du denn machen? Eine Plattform, wo man eine bauen kann. Ich hab da was gefunden und mein Rucksack ist schon ziemlich voll. Ja, meine auch. Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal alles auf so eine Haufen drauf hier. Ja, aber wie geht das? Ich will schon wohl noch ein paar Haufen legen können. Ja, aber wie kann ich denn was rausschmeißen? Ja, das hab ich mich auch gerade gefragt. Öffne mal deinen Rucksack nochmal, ich glaub ich weiß wie. Wie geht das nochmal? Kompass hab ich, Missionstagebuch, Forschungskatalog. Ah ja, ich anne. Also ihr müsst auf jeden Fall Rucksack öffnen und dann einfach auf die Sachen anklicken und neben dran sitzen. Also Rucksack öffne ich mit? Ich glaube I. Nee, I ist gar nichts. B ist tanzen. Nein, G ist tanzen. So, warte mal. Mensch, mein Männchen ist doof. Ach, das mit dem Tatzen gefällt mir. Warte. 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 Du 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 das hört sich gut an ja ich glaube die sachen kann schon etwa so ab wenn ich die sachen von dem rucksack lau'n hält mir den zieh ich gerade aus mich ich glaube ich habe jetzt alles abgeworfen dann lau'n es macht doch nicht so ein loch wenn wir hier bauen wollen wenn ich was in der hand habe kann ich kaum laufen ich glaube wenn ihr mithilft dann geht es schneller wenn man solche großen teile hält heute heute ich versuche zu kommen aber ich bin nahe des todes ich habe da eventuell außer sehne höhle gegraben ich glaube chaos hat gerade gelernt aha und was wir müssen verbindungen bauen damit man sag ich will das ganze bisschen unser radios dankeschön und wie baut man das mit einem mini drucker du brauchst dieses zeug dieses gemisch welches gemisch ich glaube das baue ich hier gerade ab da hat das gemisch tatsächlich ja und warum kökken ich fühle dass wir beide genauso lost sind Ja, wie geht es nochmal, dass ich meinen Rucksack... Ne, dass ich was bauen kann. Also ich muss sagen, das Spiel war für mich ganz am Anfang mindestens genauso verwirrend wie Minecraft, also ich bin an Minecraft genauer und bin da genauso rumgelaufen. So ziellos, ohne Sinn. Da bin ich jetzt los, da weiß ich keine Ahnung. Ah, wer hupt mich da an? Mit dem Grünzeug kannst du länger Luft haben. Scheiße, das habe ich angestellt. Ah! WTF? Was ist WTF? Das ist ein scheiß Drucker. Ein mittelgroße Plattform. Hier, ah, eine Druckweife geht auch. Also mit dem Gemisch kannst du dir diese komischen Dinger bauen, wo eben halt deine Luft erweitern, ein bisschen. Bild ein Astronaut. Guten Hunger! Ich würde gerne, also man muss nur in den Rucksack gucken, was ich drin habe und dann steht da unten, was ich bauen kann. Jo, also die Sachen, wo du dann bauen kannst, kannst du dir bitte hinzufügen. Ich glaube, die Dinger... Dann hätte ich gerne das da. Also wir brauchen diese Verbindungsstücke, verbinden oder so echt die Dinger. Ja. Ja, und wie geht das alles? Ich verstehe das nicht. Du bist so schnell für uns. Ja. Ich glaube, du hast gedacht, die falschen Gegenstände umzubauen. Schmeißt man denn die ganzen Sachen aus deinem Rucksack raus. Ja. So, ich bestücke dich schon mit Sachen, die du brauchen könntest. Und jetzt ein Haschlo-Gemisch ist, ach, mach dir nur so Verbindungen. Und dann auf das Grüne einfach gehen. Ja. Sollst du mich die Verbindungen an? Ja. Nee, warte, du baust dir ganz kleine Generatoren. Ach so. Das steht ja doch, was du baust. Kleiner Generator, klick mal weiter. Kleiner Drucker? Arbeitslicht, kleiner Drucker. Nee, weiter. Du musst dann Verbinder stehen. Ja. Hab ich. Ah. Jawohl, ja. Und nochmal Verbindungen. Ich gehe mir davon aus, wenn wir beide rennen sollten oder wollen, müssten wir wirklich mehrere davon wollen. Ah. So eine Taste, womit du die Verbinder ablehnen kannst. Also so. So. Was mach ich mit denen? Wo bist du? Äh. Hinter dir. Da. Genau. Das bin ich. Komm mal mit. Ja. Pack dir das doch mal bitte an deinen Rucksack. Hier. Einfach an deinen Rucksack nochmal leeren. Mach mal den Rucksack auf. Ja. Hab ich. Ja. Jetzt geh mal bitte eine Einstellung. Guck mal bitte noch mit welcher Taste die Verbindung setzen durch. Jetzt gifte mich eine Taste. Hm. Hm. Benutzen ist F. Nein. Ah ja. Verbindung. Da steht das. Ist bei dir T. Aha. Warum ist das bei dir anders? Weil ich grundsätzlich immer hingehen und alles am steigen. Ah. Und wo kann ich das? Ah. Und wie weit geht das dann? Nur bis. Im Grunde genommen so weit wie er sich verseucht. Jetzt. Ah. Oh wie geil. Uh. Das ist halt mehr so ein bisschen mit Schildernspiel, sag ich mal. Man fängt an zu forschen. Man muss herausfinden was man überhaupt machen soll. Das ist gerade. Das ist am Anfang ein bisschen viel Material, weil er wird auch in Zukunft glaube ich. Ein bisschen ist gut. Bin völlig los. Wo ist deine Glory? Lorenze. Hast du zerstört jetzt mal alles? Ne. Ich sammle hier Sachen ein. Der Boden ist dabei nur extra. Ich glaube diese ganzen pflanzlichen Sachen hat wo Brandmaterial. Ja ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ich gehe ich drauf. Muss ich dir immer Ratturin sammeln durst. Ich meine äh. Ich würde das Ding fallen lassen. Ich glaube das Teil ist kaputt. Ja aber da stand irgendwas mit Schrott braucht man. Echt? Und was passiert wenn ich sterbe? Dann verlierst du die Sachen. Ich baue mein Leim bis bei dich. Dankeschön. Aber das Ding kannst du wegschmeißen glaube ich. Ne da stand auch irgendwas aus Schrott kann man irgendwas wie machen. Echt? Echt? Aber das ist halt nur extrem langsam. Spring doch über Chaos Hügel. Schau hier steht. Extrahiere gewöhnliche natürliche Ressourcen als Kanister mit Erde. Schredder recycle Schutt unerwünschte Dinge um Schrott zu erzeugen. Handelsplattform Tausch gegen wichtige Ressourcen und Gegenstände. Schmelzofen wandeln natürliche Ressourcen. Bla bla bla. Sammeln atmosphärische Ressourcen. Kombiniere natürliche veredelte und atmosphärische Ressourcen. Ja und dann. Und wie kann ich den? Ich muss den wahrscheinlich in so einen Ofen packen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal erforschen. Öffne mal deinen Rucksack. Ja. Rechts von deinem Rucksack siehst du ja wo so ein Griff rausflugt. Ja. So ein gelber. Tipp doch mal drauf. Rechts und links. Ja da kannst du die Sachen erforschen. Da verbrauchen wir Forschungspunkte. Ja die blauen Sachen sind freigeschaltet die roten. Was kostet tausend? Ich habe nur 53 und wie kriege ich so Punkte? Ich glaube die Sachen wo du mitgenommen hast, die muss man halt in einem Forschungszentrum irgendwie ausschließen. Das Ballon. Ja. Hm. 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 Kann ich da ins Haus rein? Nicht, ne? Hm. 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 Boah, ich würde gerne die Perspektive einfach mal ändern. Ich möchte aus der Ego-Perspektive. Wie kann man denn hier Sachen dann herstellen? Ich hab Gemisch. Achso, Gemisch. Guck mal mittig unten von deinem Rucksack. Da hast du so'n Drucker. Jaja, aber der tut nicht. Was er tut. Hä? Unterkunft? Aha. Du musst immer die richtigen Sachen finden. Jaja, ich hab Gemisch. Die sind diese weißen Sachen. Ich will diesen Forschungstisch machen. Genau. Tipp mal mit den Pfeilen links und rechts durch, was du bauen kannst. Oh Gott. Nee, du bist schon falsch. Da steht alles bei freigeschaltet, aber ich kann nix bauen. Du bist im Katalog. Und damit kann ich Sachen freischalten, nix bauen. Achso, wie kann ich denn bauen? Geh mal über zurück in den Rucksack. Ja. Dann sich hier mittig unten. Das ist ein grüner Knopf. Ja. Und unter diesem grünen Knopf ist auch so Balken mit zwei Pfeilen links und rechts. Ah. Klick mal da durch. Und wenn du was von der Spiele bauen kannst, drück auf den kleinen grünen Knopf und finde heraus, wer das ist. Ich verstehe. Jetzt habe ich so eine Verbindung gebaut. Ja. Ausgezeichnet. Das ist das Richtige. Mit den Verbindungen kannst du so gesehen die Reichweite erweitern, wo du achten kannst. Ja, ich verstehe es. Und genauso kannst du auch mit dem großen 3D Drucker drucken. Du musst den Ressourcen bringen, die er benötigt. Und nun druckst du einfach Sachen. Anmachen. Dann bist du nochtause,cheiner... Oh nein, man muss schon noch geschlossen. getsividade oder coachartig. Alter, ist das super spannend? Ich rede nicht viel geschlossen. Nuns hört noch mal viel Spiele. Ich bin alles für die Praga. Ich bin하다 hier. Das was penguinster Vice klar ist. Schminker in der Welt der entspannt nee, du musst mit Hacke dir den Rucksack was? ey, dein das Paket mit dem Gemisch mit den Verbindungsstickern warum? ja, dann kannst du direkt von deinem Rucksack aus die einzelnen Verbindungen rausholen und einfügen oder hinstellen echt jetzt? ja, ja, mit T warte mal nee, nee, die Verpackung genau, das Ding zu irgendwo in den Rucksack setzen dann jetzt drück mal T nein, zumachen, T drücken aaaah aaaah jawoll aaaah ein paar Sachen, wo ich noch weiß wieso, wo du noch weißt? ich hatte mal ganz, ganz am Anfang auf der Xbox gespielt ach soo, du hast schon Vorteil ja, ein bisschen oh oh ich muss es nur noch herausfinden, wie man hier diese soll ich sagen ich will das ja ein Forschungszentrum baut ein Forschungszentrum baut ja, ich brauch Harz ja, ich brauch Harz schneide, die eigene Namen ich will das mitnehmen ich will das mitnehmen äh so eine Farbe hast du noch eingeschminkt da grün ich guck jetzt wirst du selber gar nicht, gell nee, nee mit kann ich das nicht einfach tragen? ich glaub schon ich glaub, du kannst schon irgendwie deiner Figur in die Hand geben ich will das mitnehmen ich will das mitnehmen du tust das ganze Seil begraben wie meinst du das? und das verschwindet unter der Erde, wenn du solche Löcher reindoomst naja, im Grunde genommen ist das ja fast das Seil vom Spül, glaub ich ich hab hier richtig viel Gemisch gefunden, Leute er sagt, er will nicht in die Hand nehmen kleine Kürbisse, die da leuchten müssen wir echt alles eben machen, den Weg lauf, kleiner Mann du 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 so kann zu Schrott recycle werden kommen wir nie wieder raus oh Gott, ich glaub ich werde sterben Ich hab was erforscht. Irgendwas habe ich erforscht. Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich erforscht. Chaos hat da volles Loch gebuddelt. Ich mag Löcher. Das glaube ich dir aufs Wort. Sammel Harz. Eins von vier. Ja, genau das suche ich gerade. Aber eins finde ich nichts. Ich habe eins. Steht da eins von vier. Zwei von vier. Drei von vier. Ich glaube, Gloria, da hat es gesammelt. Nee, ich habe was gefunden. Ich muss mein Zeug ablegen aus dem Rucksack. Das habe ich vergessen. Scheiße. Wir sollten was von Lager bauen. Ich habe gerade jemand von Lager gelesen. Neue Mission. So und auf. Scheiße. Ich habe da irgendwas großes gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Kompatibel mit dem Forschungskammer. Und was kann ich jetzt bauen? Ich bin am Gucken. Ich bin am Gucken. Also ich will auf jeden Fall mal das ganze... Das ganze Chaos so wegrennen. Wenn sie... Ich bin ein Verlust. Ein Quarz. Ein Quarz. Eingemischt. Wer war das denn? Guten Tag auch. Der Töte tut er ja ein. Jo. Möp, 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 möp. Da macht ihr Möp, möp, möp. Oh. Na, jetzt werde ich mal gucken. Lager. Schnommo Quarz. Verdammt, wer hat Quarz. Ich weiß nicht, wie Quarz aussieht. Kann ich das anstecken? Ich glaube, da ist das gelbe Zeug. Was ist das hier? Was ist das da? Mann, Mann, grausig. Hier ist ganz viel Harz. Komm mal hierher, Chaos. Ich kann so viel, glaube ich, gar nicht nehmen. Liefert Strom. Ah. Gibt es hier noch was? Warte. 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 Ah, Lorenzo. Gloriges Geld. Kuss? Kann ich das nicht hier anstecken? Ah, ich brauche ein Loch. schon noch das so ein staubsauger hätte ich gehabt für zu hause ist so geil der ist der wahnsinn es ist das okay ich glaube ich bin voll wer spuckt was aus wer spuckt jeweils aus die strecke beibehalten was habe ich gemacht das ist ein drucker keine ahnung was der macht wie was schminkertrink was echt wo habe ich diese oder so warte dankeschön keine ahnung was ich da gemacht habe ich weiß nicht was er druckt ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht das andere war das was wir drucken also ich habe jetzt mal ein lager gedruckt und müssen wir hier ein bisschen in Ordnung Dankeschön zu gütig dank euch darf schminkerst trinken das sieht komisch aus das sieht sehr komisch aus ein 3d drucker echt jetzt ich glaube schon ja großer Drucker druckstuhl kann der auch was ja das kann ich schon vermutlich auch große Sachen drucken ich kippe um die ganzen 3d drucker woanders was hinbauen keine ahnung oh lol ich kippe um die ganzen lager da raus du hast du lagen ja Kau ich du warst du nicht nein ich bin noch im so warte Mann, ich will gucken, was der kann. Drückt extra große Gegenstände aus zu Ressourcen. Zieht im aktiven Zustand 5 Energie ab. Ja, und wie drückt ihr da die Sachen? Nur wie du gerade eben die Sachen gedruckt hast. Macht aber nicht, da ist nämlich nichts zum Andrücken. Was machst denn du da am Penis? Nee. Guck mal, man kann das Lager dort dran setzen. Ich habe gerade eben gelohnt. Diese Plattformen, die können an Wände kleben. Du hast einen Penis gemacht. Du bist ein Penis. Das sieht doch aus wie ein Penis. Nein. Ich wette mit dir, es ist bestimmt einer bei mir im Chat drin. Der sagt, dass das aussieht wie ein Penis. Jetzt lassen wir den Penis in Ruhe, damit hast du nichts zu tun. Das ist ein Penis. Nein. Doch. Nun ja. Ja, Glory, Samo, was anderes, bitte. Was ist das? Kein Penis? Danke. Das ist ein Penis. Ist ein Penis, ja. Ja, Scheiße. Das ist ein Lümmel. Ist mir egal, ich werde jetzt in vielen für die ganzen Lager anfangen. Fertig. Er macht an... Penis ist ja... Ist ja zwar nichts, aber ich sage Penis. Oh, danke schön. Oh, ich bin ins Loch gefallen. Warum sind hier überall Löcher? Ich komme hier nicht mehr raus, weil ihr kein... Überall Löcher macht. Was genau mache ich da gerade? Was, äh... Kann ich das... Oh, habe ich das jetzt aufgesammelt? Glaube, du tust Ressourcen verschwenden. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ja, du brauchst... Druckst du nochmal einen großen Drucker? Ah, okay. Kann ich abbrechen? Nice, ja. Kann man da nochmal. Hey, Forschungskammer, das brauch mal. Brauch'n Gemüsch. Ich habe Gemüsch. Ausgezeichnet. Ich sammle Schrott. Wisst ihr, welches Spiel ich total gerne auch mit euch spielen würde? Sehr. Stranded Deep, aber das geht nur zu zweit. Dann sagt er nicht mit euch. Ja, das sage ich ja, schade. Aber ich würde da, glaube ich, in dem Spiel schreien und weinen, weil das ist richtig Hardcore-Survival. Herrlich. Dann reicht es mir zu lurken. Ich habe das Spiel ja nicht, von daher. Wo geht es lang? Rechts. Ja, ich sehe euch. Ich sehe euch. Ich komme mit einem zertepperten Stuhl. Und wie fängt der denn jetzt an? Na, Alter, bei dem Penis, ey. Ich mache eins mit den Tusch. Ich finde schon, dass es Hardcore-Survival ist. In High-Lew-Chain. Das ist Hardcore-Survival für mich. Was genau. Der Stranded Deep, weil wenn du da... Der lässt es nicht fallen. Du musst einfach auf das Häkchen drücken. Ah. Das Häkchen, da war kein Häkchen. Bei mir. Du musst das Ding aufmachen. Ah. Mit F. Ah, ah, ah. Warte mal. Oh, ist das umständlich. Kompatibel mit der Forschung. Was ist das? Und das ist ein Rücken. Dann doch lieber Green Hill. Uh. Hallo, die hier. Ich check das alles noch nicht so. Ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Aufdrücken. Man kann Sachen umrüsten, ne? Wie umrüsten? Da steht umrüsten. Müsste ich selber erstmal rausfüllen, wie das geht. Ich hab auch keine Ahnung. Was tut das denn, dass das so hoch geht? Entschuldigung, ich hab's wieder weggemacht. Wie kannst du da diese Ebene wieder reinmachen? Ähm. Guck mal ne Einstellung. Wie gesagt, ich hab mal alles umgelegt. Ich weiß es nicht. Das ist Karl sein Spielstand. Huch. Ja, Taraforming hinzufügen und einhebnen. Da fehlt doch ne Einstellung. Was kann ich, wenn ich dich anklick machen? Nix. Ach. Rechts alt. Rechts alt? Was? Boah, das ist ja ganz weit weg von dem, wo ich... Hä? Deswegen, ich hab mir doch alles umgestellt. Was denn? So ne Wand. Wie geht? Ne, wenn wir auch nicht. Warte mal. Warte mal. Halsche Person. Wenn du die Taste gedrückt hältst, dann verändert sich nochmal dieses Pfeilchen hier. Da ist ein X, ja. Ah, die Torwart, warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran geht. Guck mal, Dolly, da sind Kanister. In hier. Ich check das nicht so ganz. Nur wenn man ein Chaos mobbt, darf man mitmachen, Liddy. Ihr müsst mir das erklären, dass ich auch so ein Boden bastle. Du brauchst erstmal den, ähm, Kanister. Und was, ähm, was ist das und wie krieg ich sowas? Jetzt kann ich mal. Ja, kleiner Kanister, da brauchst du gemisch. Woll dir mal gemisch, bleib doch mal stehen da. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Und jetzt druck doch mal von deinem Rucksack aus einen, einen Kanister. Drucken geht mit I, T, mit waschen? Rucksack öffnen. Das war mit, ach, ich... Nur wie, wie öffnet man immer sein Rucksack? Ich hab einfach draufgedrückt. Kleiner Drucker. Chris. Und dann muss man was? Kanister. Nee, das ist es nicht. Gehen wir uns eins zurück. Kleiner Drucker. Ist so gesund ein Forschungskatalog. Ja, und was mach ich jetzt? Gehen wir doch mal raus, das ist ein Forschungskatalog. Auf Kuh. Ach, hier unten meinst du? Sauerstofffilter drucken. Nein. Kleiner Kanister. Nein, du tust nicht auf die... Nein. Ja, kleiner Kanister, genau. Auf das Grüne. Jawohl. Ja? Ja, pust den Button. Okay. Jo. Zieht aber in der... Irgendwas macht der jetzt? Was mach ich damit? Das ist wie so ein kleiner Rucksack. Den kannst du füllen mit Dreck. Wenn du den nächsten Dreck saugen durch, dann füllt sich der Rucksack. Das kannst du so gesund... Ich probier's mal, warte. Glorie, was für Tasten war das nochmal Alt und SCRG, oder wie? Alt. Einfach nur Alt. Und, äh, Steuerung ist irgendwas anderes. Hab ich nicht angekündigt. Kann ich nicht. Ja, mit Steuerung könnt ihr Tümpcher bauen. Und dann auf Alt. Hä? Jetzt muss ich erstmal Dreck saugen. Oder wie? Jo. Oh, die hat uns wohl wohl einer gekappt. Und wie geht das? Jetzt geht's wieder, glaube ich. Ah, da hat wohl irgendeiner weggebracht. Vielleicht war ich das. Ich weiß es nicht, wenn jemand in der Sauerstoff ausgeht. Entschuldigung. Kann man endlich in der Eier nehmen. Bist du wahnsinnig? Stirbt man? Oh, diese Penoppels, die muss ich irgendwie... Nee, die waren scannen. Scannen. Dann. Scannen. Das ist übrigens Sauerstoff nicht Strom. Jo. Scannen. Und? Warte, warte. Nein! Ah! Das ist ja noch so ein Penoppel. So ein Nippel. Warte. Du sollst auch immer dein Verstand benutzen. Ja! Ist gar nicht so einfach. So. Äh. Ja. Ja. Da ist noch ein Nippel. Oh, und da ist noch irgendwas. Nee, benutzt Nono. Ja. Wir brauchen nämlich von diesem scheiß Gemischten. Arzt. So. Klar, aber am Anfang ist es doch wirklich einfach nur sammeln und sammeln und sammeln. Nippel! Geh hoch. Nippel. Wieso glaubt ihr nur? Was? Wer glaubt was? Was? Wir glauben, weil wir es nicht wissen. Jo. Aber herausfinden ist nicht schlecht. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit weg. Schwingen muss nach Hause. Nono! Woll, was ist das denn? Da sind wir da! Nippel! Eine Kraft-Kürbis-Burge. Ich habe hier irgendwas komisches gefunden. Du warst da langsam. Ich werde hier gerade ausgepeitscht. Von? Wer peitscht dich aus? Hoch, 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 hoch! Mann! Geh doch hoch mit deinem... Schmeiß weg! Hüpf! Nimm! Kannst du mal hierher kommen, bitte? Ich bin nur auf dem Weg, nur der ist ja langsam. Langsam! Wo bist du denn? Ich weiß, welche Farbe ich bei euch an. Aber Gloria hat Geld. Wo bist du denn? Tschüss, danke, tschüss! Ich bin überraschend, ich stelle den Kürbis. Wo? Hier, bei mir ist ein Kürbis. Ich... Gute Nacht. Ich finde dich nicht... Ich will einfach mit der Sauerstofffuhr folgen. Ja, ja, folgt einfach mit der Sauerstofffuhr. Ach, da ist was. Das irgendwo müsste mein... Mein Helm sind. Oder meine Figur halt. Warum bist du tot? Nein, noch nicht. Hallo, da... Wie geht's dir? Wenn sie gar nicht weiterkommt, wie ihr, das ist komisch. Bist du... Hallo, mit sie. Wie geht's dir? Warte mal. Bist du denn? Was ist denn du? Ja, ich komme. Okay, ich bin blau. Du bist grün, du bist blau, ich verstehe. Und bei mir bist du auch raus. Lass Schminker mal vorgehen. Schminker, geh mal vor. Hör mal hin, die Sachen. Wieso? So, in den Kürbis. Geh mal zum Kürbis. Und dann? Hol die mit? Was ist der Lange? Flora. 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 Was zum... Flora. Flora. Was zum... Flora. Flora. Pass auf, das ist ein gefährlicher... Flora. Ist hier jetzt gestoppt? Flora. habe mir gedacht, dass wir abschaffen. Morgen geht es wieder für eine Woche auf dem Montage, ach du Scheiße. Hab ich jetzt alle meine Erfahrungspunkte verloren? Doch. Echt wo? Zeig. Du bist blau, ne? Ja, ich bin blau. Kaus ist blau. Mini, Mini. Ich bin gestorben wegen euch. Also wegen dir. Ja, ich wollte wissen, was da passiert. Und deswegen schickst du mich vor. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Okay, die Pflanzen kann man wegmachen, indem man einfach rundherum alles wegpuddelt. Und der Kürbis? Den will ich wiederhaben. Also ich will mal mit. Der ist aber langsam mit dem Kürbis. Ja, ich helfe ja. Oh Scheiße, ich feige. Hier sind noch deine Sachen. Hol mal deine Sachen. Nimm doch mit. Hab kein Platz. Du bist leer. Hol du mit. Ich drehe dir danach den Kürbis. Kürbis. Kürbis ist ins Loch gefallen. Hab ihn. Okay, ich hole meine Sachen. Oh, mich wird das nur so. Ich glaub ich hab's. Hier. Oh, ne, ich hab's doch nicht. Ich kann's nicht mitnehmen. Und den muss man komplett leer machen. Eine Plattform für Karo irgendwas. Hä? Hä? Okay, nächstes Rezept. Eine einzigartige Pflanzen hat, die bestimmte Inhaltsstoffe in... Verdammt, lass mich doch mal lesen. Ich will das mitnehmen. Wertvolle Biokraftstoffe umwandelt. Das Produkt kann dann... Ihhh, mich hat was angespritzt. ...würfe Beides erforscht werden. Kann ich das nicht mitnehmen? Nee. Oh, ich war fast gestorben. Best Face Ever. Nein, was ist das? Das ist völlig geil. Ich weiß es nicht. Chaos hat dafür freundlicherweise gesucht, dass ich das erhalte von ihm. Komisches Game, ja in der Tat. Ich weiß es nicht. Ich find's recht witzig. Fährt hier von einem riesen Kürbis oder was? Es ist umgebracht. Ja, schön, als ich freut. Nein. Wir müssen uns die Scheiße hier an... anbringen hier. Aber echt kein Harz mehr. Ah ja, stimmt. Wir haben Harz gebraucht. Warte. Nee. Hier, große Plattform. Die brauchen wir. Freie Geschalte. Irgendwas kann ich lernen. Oder? Die lernst du, glaube ich, alle. Die lernst du für uns alle, glaube ich. Ja. Mach ich auch gerade. Ich hab was gelernt. Irgendwas mit einer Glühbirne. Danke, Chaos. Kann er das mal kurz erklären? Ich weiß es nicht. Wie man dieses... Ja, das wird alles. Wie gesagt, ich hab' einen Saumungsdruck kurz auf Xbox angespielt. Und ein paar Videos gesehen. Und das sah eigentlich alles so interessant aus. Aber ich hab' auch selber eine große Fragezeichen gerade im Kopf. Also, viele Punkte, wo ich gesehen hab' in den Videos, ähm... Also, ich glaub' man muss irgendwie zum Erdkern kommen. Ja, oder zum Theorie. Echt jetzt? Und auf diesem Planeten, da befinden sich irgendwelche Artefakte, die müssen wir untersuchen. Und... ... ... ... Stell' dich doch dahin, du! klingt crazy und spannend weiß es nicht ich kenne das nicht ich finde es ganz witzig nur ich weiß halt null wie ich was bauen muss im gründung muss ich das erstmal herausfinden also ich weiß jetzt nicht alles was das ist muss ich halt ein bisschen durchlesen hier geht unser kaputt konvertiert forscht gegenstände und recycelt und bei jetzt hier forschungsliegen schlange da müsste ich doch dann ich habe irgendwas gefunden was ist immer dasselbe kann ich das aufsaugen ich kann es mitnehmen ja ich nehme so ein riesen ein mit ich mache mal gleich mit zwei so forschungsstationen aber da ist halt extrem langsam mit zeug in der hand ne dacht auf mars ist man schnell weil alles so lang ist ja oder oder weiß ich nicht sieht aus als wäre da ein sitz drin mit zum ding bin ich runde kommt oder so hier jetzt kommen wir wieder zurück zum penis da ich habe den ein mitgebracht zu dem penis bist du morgen auch da zum datteln mit dem redest du mit dir kann sein ich glaube aber schon so es haben alle sachen angeschlossen das kann ich jetzt machen wie ihr habt doch einen knall ja aber ich glaube ich habe einen knall was ist das aha er scheint nur mitgeholt aha eine astropädie öffnen nee naja ah was ist das energiezelle da mal hier ah da ah 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 Oh, Dankeschön. Was? Trigger. Dankeschön. Das war ein Ding. Dankeschön. Ich hab da noch was gefunden. Hat jemand Sprengstoff? Äh, nein. Wenn ja, ja damit. Ich bräuchte ihn auch. So wie beim Auto gestern. Ich hab leider keine Ahnung. Ich hab ein Haustier gefunden oder so. Haustier? Ja, irgendwas, was da hinten. Dynamit, ich hab, wir brauchen dafür Sprengpulver. Jetzt wird der Planet gesprengt, jetzt geht's los. Es gibt auch eine kleine Trompetenhupe, ne? Nur, dass ihr bescheid seid. Oh, das klingt ja so, als würde man kleine Titten bezeichnen. Trompetenhupe. Oh, wo ist Baby? Ich hab was Großes gefunden, das bringe ich jetzt mit. Und ihr werdet euch freuen. Wieso nicht? Oh, jö. Oh, jö. Chaosbau, da hinten schon wunderbar, was und ich. Du holst doch Schrott mit. Ja, und? Aber den brauchen? Ja, warte mal, was hat das? Die Dinger, Leute, die sehen doch ganz aus. Ja, stell dir vor, bitteschön. Eins? Zeig mir eigentlich doch. Na, noch. Na, toll. Warte, ich will wieder Nono. Oh Mann, ey, ich brauch so viel Harz, das gibt's gar nicht. Warum brauch ich alles Harz? Weil es nicht davon so viel gibt. Ich hab hier eine riesige Harzquelle gefunden. Glory, wo bist du? Nun, 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 nun. Hey Schmincker, du hast ne Höhle, untersuch die. Wo? Recht abbiegen, bitte. Die ist bestimmt nicht zu groß. Ähm. Das wäre direkt am Anfang. Ich bin reingefallen. Und ich komm hier nicht mehr raus. Ich glaub an die Schmincker, du schaffst das. Wie denn, bitteschön? Ist mein Ernst, ich komm hier nicht mehr raus. ich mein es ernst meine luft geht aus und ich habe so gutes zeug ich bin unterwegs ich bin da rein und runter gefallen das loch gibt es wie wirst du mich hier rauskriegen mal ganz im ernst ich bin hier runter gefallen ja ich sterbe gleich wo denn wie soll man da wieder hochkommen kann man nicht eine leiter bauen scheiße wir brauchen deine hilfe wir haben keinen sauerstoff mehr ja ich versuche hier hochzukommen wofür braucht ihr mich wir haben keinen sauerstoff mehr ja weil ich in dieses scheiß loch sollte hilfe wir hätten vielleicht erst mal irgendwas nach oben bauen sollen mein herz ich weiß nicht wie du das so schön gerade hinkriegt bei mir wird es einfach so ein hügel du musst dir einfach die taste gedrückt halten wer macht das ganze wird auf ach so ich wollte den weg nach oben machen schön wie ich gemacht habe ich gemacht ja entschuldigung wo also ich das ich weiß ja immer noch nicht wie diese erde geht du musst den kanister füllen ja der ist bestimmt schon voll genug ja ich gebe mal ganz kurz meinen ziege abfüllen von der frau was hast du gerade auch ziege verstanden ja okay ich dachte meine ohren fangen jetzt an mich streichen zu spielen was ist das? was ist das? was ist das? und wie geht es mit der erde? du musst einfach den diesen diesen behälter ja auffüllen und dann musst du alt benutzen ja ich drücke auf alt ist passiert nichts alt? dann hast du so ein komisches zeichen da wenn du e Also du musst erst mal E drücken und dann halt. Und dann verändert sich das Zeichen nach oben. Und wenn du jetzt drückst... Genau. Aha. Aha. Ohne Chaos wäre schon 10.000 Mark gestorben. Kann das sein? Was? Ohne Chaos wäre mir schon 10.000 Mark gestorben. Ja. Gut, dass wir uns da einig sind. Was macht denn da so ein perverses Geräusch? So ein perverses Geräusch? Wer? Meine Frau. Wegen was denn? Oh, ich hätte sie gerade irgendwie wecken sollen. So hat man immer keine Uhrzeit genug nix. Und ich wollte sagen, ich würde gegen halber zwölf wecken. Wieso wecken? Ich habe es weggesaugt. Das war aber auf unserer Seite, glaube ich. Ich konnte das Ding irgendwie pflanzen. Ach so. Ich dachte, ich soll wegsaugen. Blöck, ich versuche mal zu schlafen. Oh, danke. Was? Das ist Mehlpflanzen. Was ist denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe gerade... Was ist denn los? Aber, wie geht es? Oh, ich habe uns vom Sauerstoff gekappt. Verzeihung. Jetzt geht's wieder. Das war die Nachricht, die du bekommen hast? Nein. Ja. Ich mach ja bei... Vielleicht gibt's bis nächstes Jahr... Die werden ja mit Blümchen tolle ins Gesicht. Das wär ganz cool. Ich will das mitnehmen. Lass mich das einsaugen mit meinem Rüssel. Gute Nacht, ihr Lieben. Wenn ihr alles laufen geht. Ist eh noch nicht so spät. Ja, aber wir werden ja morgen wieder Montag, ne? Ach so, das vergesse ich. Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Ich vergesse immer das. Voll viel hier im Runderkampf. Wieder Kurzarbeit. Ich hab mir gehört. Beziehungsweise voll viele haben ja eigentlich Arbeitsverbot, Gastronomie und sowas. Da unten liegt doch etwa... Ah ne, ich dachte grad schon. Geh nach vorne. Oh, ich dachte, ich kann das schmeißen. So, ich glaube, ich hab ja den ganzen... Oh, doch noch nicht. Müsst du morgen dann das Ding spielen? Ist das denn das Ding? Na, wie heißt das? Ich bring dir einfach alles, was ich finde. Ich glaub, die Sachen, wo Schrott draufsteht, die braucht man nicht. Die kannst du, aber da steht was draus machen. Ja, ich hab gelesen, ähm... Läufer benötigst du aber einen Schredder und den bekommst du erst ganz spät, wenn ich das richtig sehe. Ja, und? Das können wir trotzdem einlagern. Nein. Doch. Ich mag deinen Haufen Lagerprinzip nicht. Äh, wie mach ich nochmal diese verlängerten Stäbchen, diese steifen Dinger da? Verlängerung? Ja, die... Mit Gemüche. Und in was? Machen wir hier mein Lager. Ja, dein Lager. Hämmer, ich hab so viel Mühe in hier. Hier das Gemüch. Doch kannst du Gemüch immer reinmachen. Hier mich rein. Und dann? Und hier liegen außerdem noch so Dinger rum, also hier. Ach so, dann hier. Ja. Ich hab Verlängerungen, Stromführungs-Dingsbums gefunden, guck mal. Hm, können wir mal gucken, ich geh mal davon aus, dass sowas wie ein Verlängerungskabel. Gut möglich. Also hab ich jetzt diese Dinge. Gut. Gute Nacht, ihr Lieben. Ey, ich darf die Sachen, die können wir behalten. Mach ich mir doch hin. nur nun dieses die händel heißt das andere spiel ist du oder das andere dinge jedes spiel mal durchtesten ein ich ich kann mich mitmachen wird eine forschungstation als die stadt die forschungstation sich neben ihr bewegt keine stunde seite Es ist eigentlich auch voll gruselig auf dem Planeten, ne? Ich finde es gruselig. Ich habe noch mal so einen Kürbis gefunden. Ja. Wir müssen erstmal rausfinden, was diese erste von uns holt. Wenn wir essen. Was bringt das denn, wenn man diese großen Dinge da in der Forschungsstation bearbeitet? Durch die Forschungsstation bekommen wir aus Forschungspunkten. Mit den Forschungsgruppen kann ich neue Gegenstände freispielen. Das ist noch aus dem Katalog. Wow. Yeah. Oh mein Gott, ich sehe schon im Stream. Das Schminker sind irgendetwas langes. Und schon ist es still. Was ist das? Was? Jetzt will ich sie aber auch sehen. Ja, die hat irgendetwas langes hingestocht. Langes, dünnes. Guck dir mal meinen Rucksack an. Als welchen Profi. Hier ist alles dran. Licht, Verlängerung, irgendwelche elektrischen Dinger, irgendwelche Nöppel, Energiezelle, Sauerstofffilter, Verlängerungen, Arbeitslicht, Erde, kleiner Generator, kleiner Generator, kleiner Generator. Da oben steckt auch Verlängerung. Kleiner Generator. Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wieso? Ich habe auch gerade gelohnt. Ach so. Das ist ein kleiner Generator. Und nun kann ich diese ganzen pflanzlichen, diese organisierten Ressourcen. Und wird Lager tun und wird zum Automatischer Generator, wo sich auf dem selben Lager befindet, gespeist. Damit erzeugt schon scheinbar Energie. Wieso kannst du nicht spammen? Was willst du spammen? Bist du kein Mutt bei mir? Wen meinst du? Wolf Baby. Hä? Normalerweise schon. Bin auf dem Weg mit dem Sessel. Ich habe wieder was gefunden. Einen Sessel. Ich habe wieder was gefunden. Die hat mich gebissen. Die hat mich gebissen. Wer hat dich gebissen? Diese Pflanze. Was beißt die dich einfach? Wer ist jetzt tot? Wer ist tot? Chaos? Chaos, bist du gemutet? Ja. Ja, ich habe mich abgekollert. Ja, ich war gemutet. Du bist gestorben. Ich habe gedacht, das wäre eine freundliche Pflanze. Diese Drecksau. Was meinst du, warum ich alles erschieße, was ich sehe? Hier ist nichts freundlich. Und welche Pflanze ist jetzt nicht so ganz... ganz freundlich? Ich glaube, die sind alle nicht so cool drauf. Nichts ist cool drauf. Ja, aber die können explodieren, die Knallkorallen. Da musst du aufpassen. Ich habe sie aber gepflanzt. Das ist jetzt hier so meine Untertanen. Die dürften nicht... Die Sau. Was will, wenn ich jetzt da rangehe? Also nichts, aber der Ende hier ist auch böse. Guck mal. Ja, der hat mich geoutscht. Dreck, Sau. Ja, dumme Sau. Was macht denn dieser Generator? Was bringt der denn auf meinem Rücken? Nichts. Ich mache den jetzt auch raus. Damit kann ich durch hier deinen... Ich habe hier einen Generator auf dem Stützpunkt stecken. Aha. Guck mal. Ja, was ist das? Wenn diese organischen Ressourcen noch hinsetzen, durch den End-Generator anmachen, durch... Dann produziert er Strom. Ich habe mich beobachtet, wenn hier die ganzen Anlagen arbeiten, dann wird so gesund, dieser gelbe Streifen, wo er drauf ist, ist dünner. Ich glaube, das ist irgendwie... Ich glaube, das kommt wahrscheinlich drauf an, wie viel Strom er hier benötigen wird, dann verbraucht. Es gibt hier Komponente, die Strom produzieren, Komponente, die Strom eben halt nutzen. Ja, das habe ich verstanden. Ich habe hier eine Pflanze zum Anbauen gefunden. Kürbissamen. Oh, cool. Gib mir her das Ding. Hier. Ich hole die restlichen. Hast du noch mehr von denen? Ja, da müsste aber, glaube ich, mitkommen, weil das ist ein bisschen mehr. Aber wir brauchen die Verlängerungen. Ich habe noch welche. Ich habe noch... Dann immer geradeaus. Ich bin immer geradeaus. Soll ich warten? Ne, ne, alles cool ist hier, ne? Wir könnten ja mal hier eine Höhle durchforsten. Ich fand, das hat irgendwie interessant geworden. So, ab hier ist Schluss. Und hier bin ich dann nach hinten gelaufen. Hier nach oben. So, warte. Ich kann hier noch was rauswerfen. Und wo ist der Kürbis? Hier hinten. Dann packe ich den doch besser mal hier irgendwo hin, ne? Wo er noch... So. Ne, da oben ist ja noch was groß. Er ist nämlich da noch oben gelaufen. Hier hoch. Warte, ich mache mal eine Line. Ich habe hier, ich habe hier. Hier hatte ich doch irgendwo den Kürbis gefunden, oder? Aber oben ist doch ein Kürbis. Ne, ne, diese Samen. Irgendwo waren... Irgendwo habe ich doch den Samen gefunden. 3 Kürbis. Hä? Ist die nicht? Das sind die Kürbis, die zerstören, damit du die Samen kriegst. Sie sind bei mir, waren die einfach am Boden gelegen. Warschungsprobe. Lächerstellen aus Versehen zerstört. Ne, ich glaube nicht, oder? Ich sammle die gerade so alle Garnen. Was ist denn das hier? Ist das eine Höhle? Ja. Das ist eine Höhle. Ich gehe wieder raus, bevor ich hinfalle. Die Toten bin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, ich verrecken. Wie kann ich helfen? Wo ist er denn? Ich sammle leider... Hier auf dem Berg. Oh, scheiße. Ich mag das, dass du mein Herz so baust. Aber ich... Wo bist du denn hingelaufen? Arme ersticken, ich kann es sehen. Du hast es gleich geschafft. Ich werde tot. Ja, ich habe es gerade gesehen. Wie sieht man das dann? Scheiße. Mist, verdammt. Na gut, aber von dort kannst du deine Sachen wenigstens wiederholen. Jupp. Da ist nämlich ganz viel Samen drin. Ich weiß jetzt nur, nur, wo ihr hin seid. Aber mal unsicher abbauchen. Oh, eine Hüpfbank hast du hier gefunden. Oh. Ich packe es mal mit ein. Ja, einpacken. Ah, ich habe es gefunden. Ah ja, stimmt. Das Auto wollte ich auch mitnehmen. Das kann man auch mitnehmen. Ja, bitte. Ich denke, es wird ja immer leiser vom Geräusch hier in meinem Rucksack. Lauf, kleines Männchen. Lauf. Weg noch. Das ist aber... Wie kann ich den einpflanzen? Glaub nicht, dass man die pflanzen muss? Doch, habe ich gerade. Ich habe gerade gepflanzt. Mal gucken. Ich kann Leuchtstäbe produzieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Also, ähm, Dingsen. Hatte ich schon wieder nach Hause gegangen? Such den Traktor. Er dürfte sich irgendwo im Fenster befinden von dem, von dem, ähm, kleinen Drucker? Du bist gerade in dem Mini-Drucker, glaube ich. Feldunterkunft. Tragbare Raumbasis. Unterkunft. Den sicheren Raum, Strom und Sauerstoff. Kann ich aber nicht herstellen. Auto A. Großer Drucker. Schmelzofen kann ich machen. Schmelzofen, Ener, Chemielabor. Unterkunft. Autoextraktor. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Weil Auto steht hier nicht. Traktor. Traktor, wo ist das? Hm, gute Frage. Ah, du bist immer noch auf dem falschen, äh... Ja, ich bin alles durch. Ich hatte in ein Zug gelesen, warte ich immer gucken. Geh mal runter. Runter. Runter, 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 runter. Das andere runter. Noch weiter runter. Hörst du mir eigentlich zu? Ja. Warte. Geht nicht, ich fang dann wieder von vorne an. Da ist er doch. Das da. Ja, kurz gesucht, gefunden. Bam. RTG oder was? Achso, hast du eine Vorwurz. Ja, warum muss ich ja nicht auf Wurzeln? Ja, aber du wolltest. Kürbis, der die Reife erreicht hat für eine Kraft, Kürbisprobe und Wurzeln, und dann erntest du ihn. Ah, wie cool, da denkst du mal her, ist schön. So. Nein, Kürbis arbeitet, ich glaub's nicht. Macht euch keine Sorgen um mich. Ach, ich brauch noch einen Moment. Wieso Kürbis arbeitet? Nein, die arbeitet. Lass dich nicht rausgefunden, wie hat funktioniert. Oh, warte. Oh. Oh, da muss vorne was rein, in den Kürbisprobe benötigt. Warte mal. Samenstachliger Mutantkaktus. Oh, warte, den hab ich doch. Das ist doch das Grüne da, oder nicht? Warte, ich hab doch so grünes Zeug angesammelt. Wo hast du denn das hingemacht? Also, ich hab hier lauter Kürbis haben, aber grünes Zeug ist nicht. Das sind diese grünen, borstigen Dinger gewesen, die ich da gefunden hab, glaub ich. Ah, ich bin im Loch. Nee, warte mal, ich glaub, das ist dieses grüne Ding da. Chlorietta! Schmeiß den einfach immer einen Meter nach vorne, dann bist du schneller. So schlau war ich nicht. Ist mir auch erst später aufgefallen. Das Ding, glaub ich, oder? Ich möchte darüber nicht reden. Oh. Warte mal, irgendwo war doch auch so ein... So ein... Ding, oder? Ding, oder? Na, ich lass mal gucken. Mensch, wie schnell es plötzlich geht. Mhm. Was war das denn? Was? Dieses Tier, was ist das denn? Was braucht... Wo kommt denn das rein, sag mal? Oh, ich will auch... Irgendwo ab, äh, so eine Hand ja schon hin, ich glaub, wir brauchen nur drei Stück. Ich hab nur noch mal... Ich hab nur Forschungsprobe mitgebracht. Ich hab nur Forschungsprobe mitgebracht. Ich hab nur Forschungsprobe mitgebracht. Wir wechselt ja... Ja... Dann halt eben nicht, na. Jetzt hab ich schon... Ich spiele Lolo. Eleganten Mutantenspuckpflanzen. Stachlige Mutanten Attacktus. Ich muss was abladen im Lager. Ich bin voll. Hier zum Monat die Pflanzen die mir suchen. Ich bin ja voll, das ist ja toll. Der Weg nach Hause. Oh mein Gott. Armer Hund. Er hat sich das nur angetan. Jetzt geht's nach Hause zum schwebenden Penis. Ah Glory, hast du diese komischen Forschungsproben drin geballert? Ja. Du kannst einfach F gedrückt halten und dann scannst du dich automatisch. Was ist das? Jetzt. Du hättest sogar mit holen brauchen. Huh huh huh. Kritig. Wieso kritisch? Keine ahnung was ich da mache. Hey. Kann man denn noch alles bauen hier? 1500. Für ein Hänger. Ja aber man Traktor hat, dann brauche ich mal einen Hänger. Ich kann Traktor bauen. Lass mal gucken. Traktor, Traktor. Was ist ein Kupfer für? Und Kupfer haben wir noch nicht einmal gefunden. Echt jetzt? Das war... 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 Das ist eine Vermutung. 100. Kleiner Generator. Ich habe Verlängerungskabel. Bitteschön. Kleiner Kanister verpacken. Traktor! Wir brauchen Aluminium, Soziales! Wo finden wir jetzt Aluminium? Also ich würde fast behaupten, irgendwo unten. Ja, ich auch, aber wo unten? Im Keller. Ja, ich habe Leuchtstäbe gemacht, dass wir Licht haben. Hier. Orientierungsgedöns für Höhlenforscherei. Hä? Was war das denn? Ich habe genießt. Ja. Wohin? Hallo? Ich mache mich jetzt erstmal leer. Dann mach dich leer. Ja. Ich gehe mal Kürbis gucken. Nächstes Rezept? Ich verstehe gar nichts. Ah ja, diese großen Dinger muss drin machen. Was für große Dinger? Ich denke, das war sehr, sehr knapp und ich bin fast gestorben. Ich habe uns extra Leuchtdinger gemacht. Kann man jemand mir sagen? Wohin, Moment. Ja, wo muss ich denn lang? Wolfi hat es wohl drauf abgesehen, dir das Leben zur Hölle zu machen. Oh mein Gott. Ey, ihr Büsis. Hahahaha, der war gut. Ich warte jetzt nur auf Chaos, seine Ansage. Machen wir da rein. Toll. Toll. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich hab's rausgefunden. Ich hab's rausgefunden. Was denn? Wenn man seine Sachen teilt, ist man schlauer. energiezellen die energiezelle kannst du noch mal zurückbringen schnall dir besser ein sauerstofffilter auf wer du oder wenn es in arbeit nicht hier gerade rum ja du hast mich wieder bepflanzt mit irgendwas ich habe keine ahnung ich weiß es nicht der macht wie ihr seit mehr als zehn jahren das leben zur halle und das auf einer 350 kilometer entfernung ihr seid schon über zehn jahre befreundet wo bleibt euer jubiläum in die reihen ist ein moment ich mache facecam kurz aus ich brauche die ganze zeit ab ich brauche schnell eine nicht böse sein die balkon kurz aufmachen und dann geht es gleich weiter ich glaube ich wollte sehr schön schön wie ich vorwundere wollt ihr für morgen schon mal abstimmen wenn gerade alle anwesend sind dankeschön auf der suche nach glorietta einer höhe hier unten ist für mich super ich habe gedacht ich bin was neues gefunden ist es einfach war für mich ich bin ein kleiner raum mensch felskamp kommt gleich wieder keine panik auf der titanik freulein schminke ist nur rauch und ein schminkers in haus und in welches loch muss ich denn jetzt da wo du auch gestürzt bist weiß ich doch nicht mehr in welchem loch ich versunken bin ich brauche ein bisschen hilfe weil ich euch nicht finde ganze menge gemisch gefunden so viel damit ich nichts mehr tragen kann zu früh rechts rennen wir zur basis zurück ja was was knabberst du im hintergrund schokobons wenn wir was kleines und ist im mund so so und jetzt ja wenn ich dich finde hast mich schon gesehen ach da sind schon zwei Helme die Hobsen so ich warte hier was zählt nicht deswegen wollte ich doch mich abladen gehen warte mal hol das ding einfach mit richtig stößt oder abstimmung ganz schnell von ja machen wir zusammen da die ganz schön pflanzen wieder oder die lehstoffe boden und dann drückst du mit f gedrückt es gibt hier auf dem moment halte f gedrückt aber wozu die kürze kann ich immer noch zu menschlich können Prozent wenn sich jetzt mit glücklichen was Prozent weil ich habe überlegt schon immer so zu überlegt kürzlich die und oder also fehlter hatte ich aber der ist so vorstellen wieder kaputt gewesen. Oh. Oh, ich glaub ich hab was cooles gefunden hier. Ich hab was neues gefunden. Was denn? Ich weiß es noch nicht, ich muss erst genug... ...laterit. Doch, bitteschön. Ich buddel mal tief an die Höhle. Oh, wie kann man nochmal winken? Zwei. Ah, warte, ich muss meine Facecam anmachen. Sorry. Vergessen. Wieso redet mich nie einer dran? Nee. Warum ist das jetzt rot? Hallo? Bei mir der Hintergrund ist rot. Ach so, ich dachte grad dran. Ich dachte, was Schlimmes. Nein. Jetzt geht's wieder. Doch, für Schminke ist das was Schlimmes. Ja! Ja. Ja, ich weiß. Hä? Aber ist jetzt nicht so, dass... Sag mal. ...die deswegen eventuell werben könnte. Doch, ich schon. Ich mach das... Oh! Emojis fliegen! Schön. Wenn die Abstimmung vorbei ist, dann... Niedersachsen-Power. Ui. Ähm. 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 In dem Loch. Hier. Warte. Was ist mit dem Loch? Ich muss erst... Schminke. Ich hab vergessen, mich zu entladen. Ich bin dumm. Scheiße, ich bin immer voll. Ja, ich hab vergessen, mich zu entladen. Wo geht's nach Hause? Ich bin auch voll. Was ist denn das? Ich sitze in Bayern. Ganz alleine. Ich hab Latte Riet gefunden. Ja, ich auch. Klingt ja herrlich. Aber wofür brauchen wir das? Ja, bestimmt kann man damit auch uns welche Sachen bauen. Ich bleib dran. Ich brauche Luft hier hinten. Ja, ich hätte ja auch gern Luft. Kleiner Generator, kleiner Kanister, Sauerstofffilter war das, oder? Nee, wie heißen diese Dinger, diese Stäbchen, die uns Luft geben? Verlängerung. Verbindungen meinst du? Verbindungen, ja genau. Äh, ja. Oh, hier sind komische Boxen und die sind nur im Takt. Okay, die Box hier braucht Strom. Ähm, Verbindungen, Leuchtstäbe, Sauerstofffilter. Die Leuchtstäbe pack ich mal weg jetzt. Verbindungen, ich komm mal zurück. Und wieder hoch. Was seid ihr denn jetzt? Mild Anhänger. Mild Anhänger. Wo seid ihr denn hin? In der Hölle. Ja, ich würde gern mal wissen, an welcher Grotte ihr euch rumtreibt. Ich kann hier irgendeinem Komisch. Schanflänzchen. Kommisch denn noch. Hast du die mitgenommen? Was für ein cooles Flänzchen? Pflänzchen? Hab's, hab's, alles gut, alles gut. Weil ich hab' dir gesagt, gar keine, gar keinen Platz mehr. Ich kann gar nichts mitnehmen. Ne, ich ahne mehr. Ich bin nochmal ruhig. Ähm. Haben wir jetzt schon ein Lager für das Lotterit? Ähm, ich hab' mal ein neues Lager aufgemacht. Oh. Oh. Oh, was war das denn? Ein Level Up. Hahaha, wie geil. Dankeschön. Dankeschön. Wir buddeln einfach irgendwie Löcher an den Boden. Und machen dort nicht so unterschiedlichen Löcher einfach die unterschiedlichen Gegenstände bringen. Ich sag' mit dem Lager ist ja schön und gut, aber irgendwie hat das Lotteritlose gar keinen Platz oder Zwieback, ey. Hab mal hier ein Loch. Oh, jetzt hätte ich die Leuchtstäbe gebraucht, ne? Ich hasse es. Nicht runterfallen. Ihr habt doch einen Knall. Jo. Ich weiß. Ah. Oh nein, bleib hier, sonst habe ich keine Luft. Was schweißt da das ganze? Die Sachen sind hier leer, aber ich kann nichts reinwerfen, weil wir haben nichts mehr zum reinwerfen. Da ist so eine Pupspflanze. Dann lass sie pupsen. Du musst das wie leer machen, also du musst schon drunter einfach alles ohne Graben. Wow, ich habe was gefunden. Ich darf mir am besten nur noch Sachen, die ich wirklich benötigen. Ein Latte-Rät ist schon mal so gut wie voll. Ja, Latte-Rät war es auch einfach zu finden. Das Latte-Zeug. Forschungsbruder. Gibt es da auch Dias? Ich glaube schon. Ah, die Kürbisse, die Muschel erst pflanzen. Ja, hatte ich eigentlich. Was ist das denn? Was ist das denn? Ekodynamik. Forschungsunterstützung. Lade zum Freischalten in Kernenergieförderung. Wir brauchen so ein Energieding. Da wird eigentlich ein Generator reichen. Ne, das passt nicht. Oh, wo habe ich es denn hingelegt? Wartung, wahrscheinlich einfach durchwechseln. Jetzt? Ich habe da glaube ich was abgelegt. Ich habe so ein haariges, borstiges Geld. Mach mal weiter. Äh, so? Ne. 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 Ich habe das hier. Das ist ein Samen. Ah, die Muschelnpflanzen. Hier ist mein Ding. Ich habe mein Energieding verloren. Warte mal, ich... Wie, was für Energieding hast du verloren? Äh, ich habe aus Versehen irgendwas weggepackt und jetzt ist es weggeglitscht. Das ist jetzt ein bisschen traurig, ne? Ja. Richtig traurig. Scheiße. Also ich rühre mir jetzt einfach mal ein bisschen... so zwei Generatoren mit. Oh, ich glaube da sind Littys Diamanten. Hast du Littys Diamanten endlich wiedergefunden? Nur mal da. Ist die gut. Hallo oben, das Ding ist fertig. Ich bin tot! Hilfe, rettet mich! Hier da rein oder wo? Was mache ich mit dem Ding? Warte mal. Ähm, lest mal durch. Was kannst du mitmachen? Warte. Pack mal den Rucksack. Ich bin gestorben. Kraftschock aus reinem Kraftkürbis. Hm. Hätte ich jetzt da hinter uns reingepackt. Packs rein, jawoll. Kommst du klar, Schminker? Möchtest du deinen Leichnam finden? Ich bin nur ne falsche Ecke abgeboren. Seh dich leider nicht. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Mal warten, bis die reif sind. Komm, geh mal in die Höhle. Ich hab einen ganz geilen Weg gemacht. Einen ganz geilen Weg. Ja. Da hab ich Dias gefunden. Sicher, dass es Dias sind? Ja. So wie die Funkeln. Hab ich Durst, ey. Was ist denn los mit mir? Ich wusste ganz viel Pipi. Hm. Ja, vor allem, weil ich diesen komischen Fuse-Teat trinke, der eher total treibt. Ein Ebenungsfunk, weil es da sind. Oh. Oh, 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 oh. Ich glaub ich werd krank, meine Nase ist zu. Ha, willkommen im Club. Oh, es ist ja alles weg, was ich gesammelt hatte. Ist halt live dabei, wenn Glory krank wird. Ai, ai, ai. Hört sich ein bisschen nicht so lustig an. Nee, das ist überhaupt nicht lustig. Dadurch, da ich seit drei Jahren nicht krank war, bin ich richtig Mimimi, wenn ich krank werde. Das ist wirklich nicht lustig für keinen. Ich muss diese Schwammerl da wegmachen. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Ich will nicht mehr Hilfe. Also meine Frage hatte ich hier heute übrig. Ich will mein Licht hier. Was ist das? Ich habe ein Ein-Ebenungsgerät entdeckt. Und das genau macht. Das Ein-Ebenungsgerät? Ah. Das Zeuggelände, das ich am Voxel ist. Leute, ihr müsst euch entscheiden. Fasmo und Überraschung eins zu eins. Ach, warte. Das Ding ist seltsam. Und beendet. Ja, ich mache gleich nochmal. Dann gibt es Fasmo und Fatschmo. Fasmo. 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 So. gut die dritte die dritte die dritte ich möchte noch so ein generator okay ab ins Loch mit dir ich glaube ich bin hier richtig nein ich weiß es nicht kann ich nicht weil diese blume mich da immer so eine blume die knallkorallen die knallkorallen ja so ich öffne jetzt mal da hinten die kisten also ich denke mal dass es so geht dass ich so ein stromzeichen drauf ich will saugen lass mich doch saugen ich muss sie so wegbumsen ich muss sie so wegbumsen ich bin nicht jawohl die kiste so mann und forschungsprobe halten zum scannen ich weiß es das wort ist ja kacke ich bin immer noch sehr fasziniert was Schminke da abbaut was ist das denn jetzt das steht normalerweise dann direkt da wenn sie es abgebaut hat ja hat sie aber zink zink ja 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 immerhin was neues ja zink da sind ja nur forschungsproben dran wieso kann ich denn hier nichts nach oben machen schminke kann saugen und wie ich muss aufpassen sonst falle ich in eine spalte schmerzen oh das wäre blöd naja zinkblende habe ich nicht gefunden das bedeutet ich muss oben ein neues Loch machen warte ich will das scannen warte ich will das scannen aber wieso kann ich den mutanten ding dann nicht mitnehmen warte die kamera richtig ja komm erst mal heim bevor ich wieder drauf geh gute entscheidung schminke ach du bist so süß superbutt ja mein schminkebutt der kann auch noch versaut werden ne kommt aber drauf an was ihr dem sagt wenn man sich ein bisschen einsam fühlt dann unterhält er sich mit euch hab ich gut gemacht ganz viel Schöpfer versaut hey ich bin nicht so böse und versaut hab ich nicht gesagt ich bin ganz anständig oh es gibt ja auch ein Tageslicht wie schön endlich raus aus der Ritze da Puh Puh Alter wie hoch springe ich denn hier Ui Hallo Ja Houston wir haben ein Problem ich bin in einem Kürbis der ist gewachsen und jetzt bin ich da drin man versucht sich mal freizubuddeln würde ich sagen Hallo ich bin hier äh äh in dem Kürbis drinnen rechts von dir da falscher Kürbis in dem der ja jetzt noch ein bissl weiter und in genau dem da ist du tot? ne oder? ne und da kam ordentlich was raus weil ich da drin war ja der hat mich quasi mit gebrütet schön Moment mal Chaos für Licht äh Lichter oft so warte mal jetzt kann man wieder was lernen das war knapp wo das war knapp wo das war knapp wo das war knapp Sauerstofffilter ja bitte Ah eine Kanäle diese ähm Sauerstoffkanäle die geben mir nach Strom ich höre zu viel wie immer wenn du drucken durch dann verlierst du ja ähm Strom fällt mir grad auf nicht nur Sauerstoff schick oh oh das hab ich anilo gemacht schick hhm ähm ich hab hier was ich hab keine Ahnung was soll ich damit machen Zink mit dem Zink Ich glaube, hier brauchen wir ein neues Lager für. Mach einfach ein wunderschönes Löchlein dahin. Ein wunderschönes Löchlein. Ich würde gerne... Das wird jetzt wahrscheinlich gleich schief gehen. Ich probiere es. So, hier bitteschön. Da rein. Ja, jetzt habe ich es woanders schon abgelegt. Also an die Wand gemacht. Fürs Erste. Jo, ich packe es ins richtige Loch. Gute Frau. Ich würde gerne nochmal diese Dinge machen. Mal, dass dann ein Ding... Verbindungen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe es leider zu spät gesehen. Wolfi geht ins Bett. Gute Nacht, Wolfi. Oh, Wolfi, schlummer gut. Gut, Nächle. Ich werde aber auch nicht so lange machen, weil der Herr auch zocken möchte. Ich mache noch schnell. Alles gut. Ergebnis ansehen. 2-2. Okay. Neue Abstimmung. Scheiße, ich komme immer tiefer. Ich bin dead. Okay. Ja. Jo. Juhu. Juhu. Lauf. Lauf, kleiner Mann. Lauf. Äh, hier dann war es. Nee, welches Loch war es denn? Ja, geht jetzt nicht mehr. Hier habe ich irgendwo abgelegt und ich bin gestorben. Eins ist weg. Nee, habe ich nicht mehr. Du bist weg. Zweimal sterben, dann ist das Zeug weg. Wir haben es, glaube ich, allgemein kacke. Ja. Ich kann nichts dafür. Und so, ich sah das Spiel, es war super gechillt, ne, aber... Komm, wir zu ihm. Das macht schon 90 Bock. Es ist saukompliziert. Immer so Sachen zu finden. Und was Neues zu finden, ist schon so lustig. Es ist wie kompliziert. Ja, wenn man mal herausgefunden hat, wie was geht. Das fällt hier manchen Leuten einfacher als anderen. Ja. Tut mir leid. Der war es jetzt. Der war es jetzt. Der war es jetzt. Richtig. Oh. So. Wow. Alter, Falter. Wie viel Energie hast du schon gemacht? Wer? Oh cool, die produzieren sogar ohne Strom. Was für Energiedinger. Ähm. Hier beim Kürbis. Tee. Herib. Achso, ich lese mein Boot vor. Geil. Mein Boot kriegt Aufmerksamkeit. Ist mein Zinkloch gut geworden? Herrlich. Hast du ein super Loch dahin gemacht. Danke. Mann, uns gehen da mal, glaube ich, Platz für Lösche aus. Ich habe einen Behälter mit Sprengstoff gefunden. Wo? Wo? Ich habe ein bisschen nützlich gefühlt, dass man Spinker doch erlernen lassen sollt. Mich auch nicht. Äh. Lol. Spinker, lass uns zusammen was in die Luft jagen. Gleich. Danke. Neo hat mir 1000 Bits gerade geschenkt. Wow. Ja, und das Lied heißt, Weihnachtsmusikgeschenk für Schminker. Dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass das einer benutzt hat. Dankeschön. Alter. Heute drin, oder was? Ja, habe ich heute reingemacht. Weil gestern war die Diskussion wegen Wunschliste Amazon, dies, das, ne? Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn sowas gewünscht wird. Ich finde aber Wunschliste doof, da mache ich halt sowas rein mit Weihnachtsmusik zu Weihnachten. Passt es ja, ne? Ja. Oh, danke schön. Bis gerade so die Zeit aufhören stimmt. Danke schön. Kann ich mir die Spie kaufen? Meine Spende, bitte. Boah, Alter. Meine Spende, bitte. Meine Spende, meine Spende, meine Spende, meine Spende, danke schön. Findet's auch witzig. Alter, Falter. Krass, danke schön. Ey, Wahnsinn. Kleine Spende, meine Spende. Ey, war geil, was ich da sagen soll. Wie 100 mal danke, keine Ahnung. Na ja, das tut meine Spende, finde ich. Da kriege ich Ohrenherpes von dem Sound, von dem kleinen Spende-Ding, weil es zu laut ist, oder? Oh. Dankeschön. Ich bringe den Sprengstoff, ist das so eine gute Idee, wenn ich den Sprengstoff die ganze Zeit vor mich hinschmeiß? Hey, sicher. Aber nur so lange, wie ich in der Nähe bin. Chlorietta, bist du verrückt. Auch mal hören. Jetzt kann ich endlich auch mal hören, was du da gemeint hast. Das hört sich schön. Hört auf, sonst kriege ich noch einen Hype-Train. Alter. Dankeschön. Kann mit sowas nicht umgehen. Dankeschön. Dankeschön. Oh, Nicoline, tanzt zu der Weihnachtsmusik. No. Und, nein, Neo tanzt. Nicoline macht diesen, äh. Gno. Was ist das? Ein Gno. Gno Party. Da kommt ja noch jemand Gno. So, so. So, so. So, so. Ich hab deinen Sprengstoff. Hast du das kleine Spender rausgenommen? Nein. Das hat einen Cooldown, glaub ich. Ah, nee. Ja, ich seh's gerade. Dankeschön. Kleine, bitte. Kleine Spender. Kleine Spender. Oh, je. Kleine Spender. Kleine Spender. Kleine Spender. Nein, das ist wirklich, also das ist wirklich eine Mittelentzündung, ey. Kleine Spender. Oh, aber leh. Der hat sich fast identisch angehört. Danke. Danke hab ich. Das ist aus dem Fernsehen. Ne? Ja, ich hab mal den Sprengstoff hier zum Lager hingemacht, ne? Bumm, bumm. Hier. Bitteschön. Das ist so ne riesige Kiste. Dankeschön. Ein gehärteter Behälter, der mit Sprengstoff geöffnet werden kann. Achso. Ich dachte, es ist Sprengstoff. Ich bin nicht aufgemacht. Oof. Lass mich in der Basis auf. Ich dachte, er kann jetzt Bumm Bumm machen. Entschuldigung, ich war so durch einander. Ne, jetzt kann ich kein Bumm Bumm machen. Entschuldigung. Danke, ihr Verrückten! Das ist so gut! Dankeschön! Dankeschön! Ihr seid echt wahnsinnig! Ich sehe es auch wahnsinnig! Dankeschön! Dieses Ding-Dong, das hatte ich gestern Nacht im Bett auch noch im Kopf gehabt. Die ganze Zeit, gell? Ich konnte deswegen nicht schlafen. Was für ein Ding-Dong! Die sind alle Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong! Das ist so eine Anime-Figur, die die ganze Zeit Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong singen. Ich habe das die ganze Zeit im Kopf gehabt, wie so ein Tinnitus. Ich konnte nicht mehr schlafen. Geil! Ich mache mir auch gleich Ding-Dong an Koppeln, ey! Dankeschön, ey! Danke, Glorieldo! Boah! Glorieldo! Goorieldo! Gekil! Hohoho! Dankeschön! Ich habe da was gefunden! Eventuell schaffe ich es aber nicht nach Hause! Scheiße. Dankeschön! ich bin auch gar nicht gestorben und da wird so eine Zeit um sie gibt sich gerade ich will muss ich wirklich so anzunehmen Florian Dankeschön kann man Bäume nicht auch mitnehmen wenn man sich ebenso ich dachte ich kann schon einfach nur in der Bau und dann fallen sie rum ich glaube für was Fluffy Unicorns Ding Fluffy Unicorns Ding Ding und Ring Achso äh zum Verbrennen Bäume also kann ich es für mitnehmen ja glaub schon aber wie naja du brauchst halt ausnahms du brauchst dann kriegst du halt diese komischen organischen Ressourcen ich probier es mal mit Nono Dankeschön für mich ist das ein Saugroboter mit sehr krasser Saukraft sehr krass dann nennt man das Ding Nono es ist Nono lass dich doch hier ähm die despawn in die Bäume wo kann ich die bitte mitnehmen warum willst du die mitnehmen gut die despawn so ich bin mal ganz großartig ich auch ich hatte die Schnauze voll ne ich muss mal Alter was macht ihr denn ja der Asche hat etwas gefunden was die Leute toll finden so für ein Rhythmus also in Zukunft ich kaufe mir eine Weihnachtsmütze und ganz viel Lametta und jedes Mal bei diesem Ding kommt eine Lametta Schlange mehr auf mir drauf am Ende schaue ich aus wie ein Christbaum Alter Dankeschön aber Wahnsinn für euch sauge ich jetzt ganz viel schon alles Alter das gibt's nicht weißt du was pass auf warte pass auf ja wir passen auf ja ja warte 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 ey ich muss so kleine Spende bitte kleine Spende kleine Spende kleine Spende warum ihr seid so geil klaps geht der stopft sich gleich was in die Ohren das ist schon krass wirklich also wirklich wirklich eine Mittelohrentzündung ja alter dankeschön die auch wie schön von Liddy kriege ich ne Pusteblume Oh, oh, ihr seid heute echt so erotisch. Gibt's gar nicht. Nicht falsch verstehen, also, ne? Aber, krass. Was dreht sich denn da? Ich krieg lauter im Mund. Putzig. Fliegen die gar nicht im Stream bei mir? Guck mal, nur eins. Warum? Keine Ahnung. Hast du viel irgendwann umgestellt? Nein, normalerweise habe ich eine richtige Emote wohl. Oha, warum? Danke. Ja, was danke? Guck dir. Trinkenschminder. Oh, scheiße. Lebs denkt immer an meine Migräne. Das ist schön. Danke, Lebsch. Es ist hier alle so ruhig, hier. Oh. Konzentragiert. Konzentragiert. Dankeschön. Alter, der Fall. Ich habe ein Auto gefunden. Ist es noch heil? Nein. Ich habe nur deformiert, wie das Ding aussieht, bin ich nicht erinnert. Dankeschön. Wahnsinn. Hey, da ist so ein gelber Puschel. Oh. Der ist weg. Oh. Oh, ne, ne, ne. Oh, süß. Hoi. Kleine Spende. Kleine Spende. Kleine Spende. Kleine Spende. Ich habe den beinahe Bekannten gesehen, die wohnt hier bei mir, die streamt auch. Und, aber die streamt halt nicht. Kleine Spende, bitte. Oh, Gott. Kleine Spende. Kleine Spende. Kleine Spende. Ja, das ist auch so Fernsehen. Eine, die in der U-Bahn da sitzt, die schreit das. Und das war eine Reportage. Und ich habe das bei einer Bekannten gesehen, die streamt auch, aber leider halt nur auf Bayerisch, die wird keiner verstehen. Ne. Also. Und ich habe mir das geholt von ihr, aber die hat das halt drinne für was weiß ich wie viel. Ich habe mir gedacht, kleine Spende sagt die, dann mache ich was Kleines rein. Wo lange? Wo renne ich denn lang? Da ist es zu Hause. Solange sie alle Spaß damit haben. Und ich On-Crips kriege. Doch, schön. Hm, da ist der Grüne weg da. Also, bald dürfen wir umsiedeln, weil das schaut hier Katastrophe aus. Na, du kriegst aber richtig Mühe. Wieso ich? Na, ich mache da keinen Mühe hin. Schäm dich. Das kann ich dann machen. Leuchtstäbe kann ich wieder herstellen. Also, ich versuche mal hier irgendwie meine Theorie zu einer Mauer an hier zu... Dankeschön, jedes Mal. Das ist krass. Habe ich Leuchtstäbe gemacht? Ja. Hab ich. Jetzt pass mal auf. Und wie kann ich Leuchtstäbe platzieren? So, ich werde nun auch ins Bett gehen mit euch ein Gute Nacht. Jo, Gute Nacht, Litty. Drück deine Mietis von mir. Gute Nacht, Litty. Gute Nacht, Litty. Wie kann ich in die platzieren? Mit F. Ach, ich muss die jedes Mal rausnehmen. Nee, die musst du nicht rausholen. Ähm... Machen wir die Einstellungen drauf. Warte, ich will mich... Ich will das wieder in mich reinstecken. Warte. Einstellungen. Du hast hier zwei Schulter... Ähm... Schulter-Slots. Ja. Jetzt gehen wir auf deine Tasten. Gehen wir ganz runter. Ja. Scrollen wir ganz runter. Noch weiter. Ja, ich bin gar nicht unten. Ah. Jetzt sind siehst du noch... Kontext links und Kontext rechts. Kontext links ist die linke Schulter. Kontext rechts die rechte Schulter. Links. Ja. Und dann ist... Streckst du die jeweilige Taste, dann aktivierst du, dann nutzt du die Sachen, wo du gerade doch gesteckt hast. Okay, ich probier's mal. So ein Schnellzugriff, die Schultern. Ich hab rechts. Pass mal auf. Rechts. D. Wie, 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 brüste. Doppelt D. Ja, und wie soll das funktionieren? Ich mach D. Ich kann nicht. Nee. Ich hab die scheiß fucking Stromversorgung gekappt. Oh, Gott sei Dank nicht in meine Richtung, ey. Ähm, ich hoffe auch nicht in meine Richtung, ich bin in der Höhle. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Es war das wichtigste Teil. Oh, ich sollte echt aufpassen. Äh, ich lese mal schon dazu. Ja, gute Nacht, Liddy. Gute Nacht. Gute Nacht. Was für ein Spiel willst du dir denn holen? Oh Gott, da sind einige auf dem Petto. Aber was ich... Ich mag ja Windern nicht so, na, ich hasse Windern. Oh. Oh. Ich wollte ne Stranded Dieb holen, weil man das jetzt wegen dem neuen Update auch zur Zeit spielen kann. Das war ganz witzig. Und alleine sowieso, das ist hardcore, schlimmer wie Ding. Also ich finde es schlimm, das Spiel. Du bist... Du störst jetzt auch mein Flugzeug ab. Dann hast du die Probleme, wenn nicht der Hai im Wasser kriegt. Du musst ein Haus bauen und auch den Weg, glaube ich, in die Zivilisation wieder schaffen. Da musst du gegen Gegner kämpfen, Riesenkrake, Megalodon und einem riesigen Zitteraal. Davor musst du extrem viel Material beschaffen, sprich von riesiger Insel zu riesiger Insel, wo Tiere warten, die dich nur zu gerne snacken würden. Das Spiel ist nicht so. Und weiter... Das ist äh... Stranded Dieb. Das ist... Also ich finde es ist so ein Zwischending. Zwischen ähm... The Forest und Raft. Nur ohne Menschen, sondern halt mit Tieren, die auf der Insel sind, ne? Du kannst Blutvergiftung bekommen, Sonnenbrand und das Ganze. Das ist richtig krass. Und da musst du dir die Mittlichen besorgen. Und zwischendrin kannst du so Schiffswracks tauchen. Wenn ich das richtig im Kopf hab. Ja. Und dir Waffen machen, Häusle bauen und das Ganze. Nur so ein typischer Survival-Spiel. Aber richtig Survival, weil wenn du Sonnenbrand kriegst, hast du die Arschkranken. Ich hab' gesagt, mein Ziel ist es zum Mittelpunkt der Erde. Ja, ich seh, jetzt versteh' ich, was du damit meinst. Ich will wissen, ob da was dran ist hier. So. Ja, ich hab' wieder was gefunden. Hihi. Kann ich das auch mitnehmen? Oh! Äh, diese riesengrünen Dinger, habt ihr die für irgendwas gebraucht? Ja. Ich hab's schon durch, echt. Du hast, äh, Svendet Deep schon durch? Krass. Ich glaub' für so Chaos-Mensche wie mich ist das anstrengend. Mit viel Geschrei verbunden. Panik. Hysterie-Anfälle. Übervorsichtig. Ja, übervorsichtig kannst du gleich streichen bei dir. Gestern nach dem Autounfall? Hm, war ich ja nicht. Das war der schönste Autounfall, den ich seit langem gesehen habe. Ich hab schon... Ich glaub' Svendet Deep war bei Epic schon mal gratis. Und da hab ich ja... Ja, es ist grad für den Zehner sogar in Steam ein Angebot, aber... No Pam, no ma'am. Für sowas. Geht nicht. Deswegen warte ich. Ich hoffe, dass es in der Woche noch im Angebot ist. Außerdem mit dem Multi... Wie lange hinten der Black Friday bei Steam? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie lange geht da die... Oh, hi. Im... Im Multiplayer ist das bestimmt saugeil zu zocken auch. Kannst du bestimmt voll die guten Dinger bauen. Kannst dir da, glaub' ich, auch so'n kleinen Helikopter oder sowas bauen. Ich weiß es nicht. Bin gleich wieder da, Glory. Nun geht ihr hin? Ja, ich bin's auch jetzt gleich erstmal hier raus. Na, weil ich voll gut. Ach so. Ich will's auch gern voll. Ich schmeiß' das Ding nach vorne. Ero. Wo kann man denn was erforschen? Anner Forschungsstation. Ja, wie ist die? In unserer Basis. Die ein bisschen unordentlich aussieht, muss ich ja mal dazu sagen. Ja, ich kann versuch' irgendwie zu ordnen. Ja, ein wilder Schminke ist da. Aber ich brauch' mich da nicht zu beschweren, wenn ich das machen würde... Und wie kann ich das erforschen? Was willst du denn erforschen? Dieses grüne Ding? Das da irgendwie reingesteckt worden ist. Ich war's nicht. Ach so. Das musst du einfach neben und reinpacken. Da! Oder wo rein? Nein! Geh' mal weiter. Moment mal. Hast du das Ding da rausgenommen, was da drin war? Das ist unsere Sauerstoffversorgung. Gewesen. Hier! Da war nix drin, glaub' ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Sauerstoffversorgung drin war. Entschuldigung. Ich mach's immer noch mal zurück. Ja, und wohin mit grünem Bobberle? Komm mit. Ja. Ich komme mit dem grünen Pickel. Ach, hier rein. Richtig. Hier auch. Oh! Und jetzt? Jetzt warten. Was? Sagt er dann was zu mir? Nein. Warum? Warum sagt er nix? Warte, ich schau' gleich. Ich hab' nämlich in den Ball. Bitte? Bitte? Ich hab' nämlich in den Ball. Nein. Wir müssen noch weiter finden. Ach, ich schau' gleich. alles klar bei dir okay wir kommen ja sache schon näher meditation so was sagen die um das hat sie hallo wieso würde das ist doch nicht mal ansatzweise das geräusch was ich dabei mach der woher sollen wir das denn wissen also ich hab genau die besorgen machen wenn wir es wüssten sorgen machen wenn es sich so antwortet ja ebenfalls ich hab da gerade ja ich lebs hat dir und mir ständig geschenkt gerade ich verstehe die welt nicht mehr hier ist etwas kaputt gegangen ich kriege hier keine luft mehr nicolin löst den stöner für fünf bits ein dankeschön ihr seid alle verrückt heute ihr seid echt alle verrückt ihr seid immer verrückt ganz 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 doll verrückt das wisst ihr was kommt neko auch noch dankeschön jetzt kommen wir diese stinke stinke macht mir nix oder ich bin in einem loch gefallen ich bin in loch gefallen hinter so einem kürbis hilfe ich habe hier ganz viel quatsch also ach so jetzt verstehe ich jetzt kommt neko auch noch nicht das war hart ich habe hier ganz viel hart was muss denn hier rein was machen die dinge hier so obwohl man könnte die sachen noch da lassen falls mir wirklich noch brauche ich bin das muss da rein silikon am loch oder dankeschön ihr wahnsinnigen menschen jetzt muss ich am nom nom machen dann hau es weg wer ist denn nee sie frisst quarts äh harz wieso ich weiß es kaum wie und wie muss man das an andocken kann man das hier ins auto ich glaube ich habe was neues gefunden kann man kann man das nicht irgendwie an machen dankeschön boah ist das ein langer stecker ammonium hä bin ich zu hau oh scheiße naja ich kann den stengel nicht ausfahren ok ist als frau glaube ich ein bisschen schwierig ja nö das geht doch das sagt jetzt du da kennt sich aber jemand nicht gut mit der weiblichen Anatee aus da musst du deine nein stopp halt stopp stopp es ist klein wir drehe dich besser nicht mehr mann ich will diesen schwanz da weg haben so dankeschön ok dann wurde versaut ich war so unschuldig jetzt kenne ich glory und schmink wieso als ob wir schuld sind mann so ich will das da ach so ähm wie mache ich nochmal lang die lange die ja dankeschön ich muss singen gleich gleich muss ich singen dann fühle ich mich nur halb so schuldig nein ich will keinen Drucker ja ich will diese lange Stengel ihr seid der Wahnsinn ich bin in dein Loch gefallen und jetzt finde ich den Heimweg nicht mehr normalerweise fällt und ich fall immer tiefer ja ein tiefes Loch hier ist es rot ich hab jetzt wieder diese langen Stangen ja alles gut ein echter Pirat steht auf das rote Meer echt jetzt ja macht er wirklich macht er oh warte ich mach hier mal Luft hin oder nicht und danach ist es das tote Meer du hast schon Luft hingemacht ja mein braunes lüftchen ne irgendwo so ein Loch wo man ah da geht es weiter runter herrlich ich will hier auch was hinsetzen ich will hier auch was hinsetzen ach so du bist spät jetzt darfst du komm komm jetzt darf ich oh geil nochmal das sind Pilze gute Nacht vielleicht bis morgen ich hab das erste Mal Wasser gesehen in dem Spiel oh Pilze ich hab was Neues ich hab auch was Neues Na Material wird immer dicker, keine Sinn oh Scheiße ne hier, guck mal hier, hier rechts ohhhhhh 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 tief runter du brauchst du Luft? oder hast du noch? ich bin mir nicht sicher wir machen erstmal so ein Weg dahin ich bin mir ganz alleine auf Survival mega kann schon gerne ein Loch kommen ne ich bin hier bei meinem also wir haben Splosika auf seinem Loch also ja ich hab ein tolles Loch es ist schön rosa hier tatsächlich ist es hier rosa ja tatsächlich ist es hier rosa ja mhm okay mal putten wir uns in das andere Loch du hast mehr das grüßt ich hab ja wieder Tiers gefunden wir sind ja hier alle FSK 18 da kann ich es ja aussprechen was eine Kollegin immer sagt rosa Innenfutter damit das damit das dass ich alles im Überblick habe was was so eventuell potenziell in Frage kommt mal zu Dattel ja hä da war ja gar nix hä ach doch hier ist es hier ohhh schön aber warum ich hab da so ne Frage warum kann ich dich um Luft kümmern eigentlich alles klar ich merke auch gerade eben dass wir gar keine Luft mehr haben da ist mir wirklich auch keine Luft dabei also du hast gesagt auf alt und dann kann ich dann schon vielleicht oben die Decke bis weg man ich kann keine Erde machen also so einen Weg wie hier damit du hier nicht erstickst du wischen Schatz mach mal ein bisschen langsamer sonst erstickst du bald noch so schnell komme ich dir nämlich nicht hinterher ich bin in ein Loch gefallen und bin tot ich bin in ein Loch gefallen wo ich schon mal war und da waren schon vor oh ich bin in ein Loch gefallen wo ich schon mal war und da waren schon vor Entschuldigung nein du kannst meine Wunschliste nicht leer kaufen ich glaube ihr seid verrückt Laps Herausforderung angenommen würde ich sagen ne hört auf ich fühl mich schuldig deswegen packe ich den meisten Spiele rein die äh noch nicht draußen sind die kann man nicht kaufen und so wird meine Wunschliste niemals leer sein niemals abwurr ist auch schnell nicht ne ich hab die ja für mich eigentlich weil ich damit dass ich alles so im Blick hab was was ich gern zocken würde was interessant ist da sind auch Spiele oben die kostenlos sind damit das mein Speicher nicht so voll gemüllt ist hab ich die im Auge und irgendwann wenn ich sagt ja das wär jetzt was wo man spielen könnte zusammen hol ich sie mir wenns Geld da ist ne so ich bin in der Höhle wo dauernd Ständer stehen da wie äh ich hätte die gerne weg ich hab Angst da ist so ein grünes Ding scannen nein biete tete tete bietert 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 bring mal mein Zeug nochmal weg ne ne eh nicht eh nicht eh nicht bin ich voll Ein neues Material gefunden, das geht jetzt wieder ganz schnell runter zu buddeln. Ich setz? Ja. Aber pass auf beim Buddeln, nicht, dass du ein Loch buddelt schon ab an den Adlermarsch. In meiner Höhle gibt's Ding. Ich hab Malachit gefunden. Brauchen wir Malachit für irgendwas? Ich würde das einfach mitholen. Ich hab leider alles voll mit Harz, aber ich werf das Harz einfach jetzt hier runter. Ah ja, ein Schminker ist hier in unserer Nähe. Ja, hallo. Ich bin in euer Loch gefallen. Das ist dein Loch. Wir buddeln im Grunde genommen deinem alten Loch. Achso. Das wird auch echt nicht besser, ne? Nein. Mit was? Also, doch mal zu, das ist eigentlich Minkas Loch. Was macht ihr in meinem Loch? Aber bitte hinterlasst nicht irgendwelche Souvenirs. Nein, nein, wir bauen hier eigentlich alles ab. Ihr schabt mich aus. Entschuldigung. Konne ich mir jetzt nicht verkneifen. Könnt ihr Hilfe beim Malachitabbau gebrauchen? Nein. Ich muss erst mal raus. Das sieht schön aus. Also, so schlecht ist es nicht. Wir haben ja Pilze übrigens gefunden am Loch. Oh. Wo sind Pilze? Toll. Ich hab Pilzbefall. Was ganz Neues. Du hörst dich gar nicht überrascht an die Souven. Weil ich da unten auch schon Pilze gefunden hab. Okay, jetzt wird's eh nicht. Mann. Oh, ihr seid solche Schweine. Selbst schuld, wenn du dich mit uns abgeholt hast. Das meine ich aber auch. Da können wir nichts für. Da ist, glaub ich, steig. Ah, ich hab's Ende gefunden vom Loch. Oh, wie schön. Engel, frische Luft. Da geht's nach Hause. Hier steckt immer noch ein Loch da fest. Und die Schupp hat schon frische Luft. Unglaublich. Egoist. Ja, ich bin voll. Was soll ich machen? Was machen Sachen? So, warte. Verbindungen. Nein. Nein. Kleiner Generator. Nein. Als hier jetzt richtig viel Malachit. Nein. Nein. Ah ja, dann mach ich schon mal hier noch hin. Nein. Ich kann nämlich hier noch ein Loch mit Ammonium. Wait a minute. Chaos, du hast mich jetzt hier nicht alleine gelassen, oder? Doch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich heimkomme. Tja. Aber das Loch gehört schon dir. Oh, warte. Das stimmt. Die wollte ich eigentlich behalten, um neue Stäbchen zu machen. Jetzt pass mal auf. Jetzt ballern wir hier nicht alles voll mit Leuchtstäbchen. Ich hab mal die Leuchtstäbchen als Markierung genutzt. Hä? Ich mach doch keine Leuchtstäbchen. Und ich mach diese Ständer, die da im Boden drin stehen. Ausgezeichnet. Mach deine Ständer. Was denn? Zerpasst doch. Also, bitteschön. Jetzt hab ich irgendwas anderes mach, außer Ständer. Kann ich noch vielleicht gemisch mit Hüllenschminker? Ich komm noch gar nicht zu euch. Ich geh survival. Das denk ich, was wir machen. Komm mit, survival. Ich will nicht ins Loch. Ich will oben gucken. Okay. Ich will oben gucken. Da findet man auch voll viele Kisten. Ich hab euch mal wieder Luft gegeben. Da war nichts. Da war nichts. Ich hab einen Adler gemacht. Ich hab einen Adler gemacht. Ich hab schon noch. Moment. Ist das ein Adler? Lebst du noch? Ja. Hey, was denn? Ich häng fest, aber ich lebe noch. Was denn? Was, was, soll ich kommen? Nee, ich hab's geschafft. Ich hab in Chaos Loch festgesteckt, aber alles gut? Das ist jetzt ein Schminkas Loch. Okay, dann hab ich in deinem Loch festgesteckt, Schminkas. Schon hört sich das immer angenehmer an. Irgendwer steckt immer in mir drin. Es ist schön. Ja, solange du dich damit wohlfühlst. Wohlfühlst. Ist das in Ordnung, denke ich. Aber gegen die Pilze sollte ich schon definitiv abmachen. Wow, da hast du nur noch weggeschmissen. Ja, hart, hab ich doch gesagt. Malachid. Ja, das konnte ich ja nicht mehr aufsammeln. Ich hab ganz, ich mein ganzes Inventar ist voll damit. Aber jetzt konnte ich halt nicht mehr mehr auffangen. Also musste ich da ein bisschen was unten liegen lassen. Und dachte mir, ah, der Chaos kommt ja eh. Der kommt ja eh. Der kommt ja eh. Hast du schon ein neues Loch gebuddelt für Malachid? Nee, ich wollte eigentlich. Oh, Manu. Ich wollte das Loch ja was tiefer buddeln jetzt. noch tiefer eindringen. Richtig. Da ist doch schon ein neues Loch. Da ist ein neues, leeres Loch. Da packe ich jetzt meine Sachen rein. Ja, ich weiß, hab ich für dich gemacht. Also sie hat gesagt, nein, du hast nicht. Doch, doch, hab ich. Hä? Wie gedruckt. Wie gedruckt. Nee, alles gut. Ist das in Ordnung? Ich hab so einen schönen Löchsteinlauf für dich hingemacht. So, wir zwei Stück, glaub ich. Stopp, ruhig mal ein Loch. So, so geht das doch. Wie abhängig man ist von so ein bisschen Luft. Ja, komisch, gell. In Realität, glaub ich, das ist ja ohne klar. Ja, ist so. Ha, 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 ha. Ja, aber das sieht doch so aus, als ob wir wo wären, wo es Luft gibt, Sauerstoff. Nee. Ist die Luft ja toxisch. Oh mein Gott, ich verstehe, was du mit Adler machen. Nein. Nein. Das war jetzt knapplich. Knapplich? Sehr knapplich. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin in meinem Loch. Lehne ich zurück und genieße es. Quatsch. Das ist ein Artikel. Du musst mir jetzt aber mal machen, dass das aus uns richtiger Loch geht. Ich finde nicht das richtige Loch. Okay, ich komme bei. Schmink hat schon immer so komisch als Grinsen drauf. Zeig mir, wie es ja geht. Gibt es ihr? Ja, okay. Ist ihr das Richtige? Ich muss jetzt mal gucken, wie gut ich in Biologie aufgepasst habe. Guck mal, ich habe, glaube ich, den richtigen Eingang gefunden. Hops. Ich habe nur eigentlich ein Leuchtstäbchen drin geschmiss. Also, ja. Es leuchtet. Oder in die Nähe geschmiss. Was ist das denn? What the fuck? Oha. Die Dinger sind gut. Damit kannst du dich gut orientieren. Verpacker. Ähm. Damit kannst du Sachen verpacken. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah ja, dann gehe ich mal nochmal runter. Und jetzt bin ich abgeschnürt. Hier ist ganz viel von diesem Sternzeug. Oh, schön. Jemand hat eine Hupe gefunden. Warte, das ist ein Pilz. Ach, du Scheiße. Kommt da rein? Soll ich mal den Eingang ein bisschen größer machen? Oder grenzt du das lang? Äh. Du musstest erst mal Orientierung führen. Bisschen größer kann man sein. Guck dir das da unten mal runter. Das ist eine riesen Höhle. Moment, Moment. Lass mal hier ein bisschen den Eingang vergrößern. Das ist alles noch so jungfreudig hier. Verdammt, ich brauche Sauerstoff. Mist. Mist, ich kriege das hier nicht weg. Du bist weg? Wie, du bist weg. Nee, ich kriege das nicht weg. Achso, du kriegst das nicht weg. Ja, Herpes. Das ist so eine Sache. Was ist das? Das ist so eine Sache. Ich kriege das noch mal alles weg. Achso. Was ist das hier? Carly, danke schön. Dankeschön. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist ein bisschen geliefert. Oh, das ist ein bisschen geliefert. Danke schön. Oh, das ist ein bisschen geliefert. Hody moly, wir sollten versuchen, da nicht runterzufallen. Ne. Danke. Oh. Danke, oh. Das ist heute vielleicht wieder ein bisschen Luft hinterher bringen. Oh ja, das wäre nett. und so kann ich sie nicht nehmen muss ich sie wieder freisaugen wo man sagt scheiß ich verringern und durch sind es auch gut in der Welt die Pilze ja ne nicht die Pilze um so komisches Ding du musst uns hinbuddeln sind so eine grüne Pflanze die spuckt die ganze Quallen sicher aber das ist ein Pilz ne ne ist kaputt oh wo ist die Dinger holen wer hat jetzt hier wieder gute Nacht gesagt Kali Kali hat Gute Nacht gesagt Hallo und Gute Nacht Jules Nächle Nachtü Kali haben wir ja immer noch kein Alu gefunden tun wir das Sorgen Malachie ist ein Kupfergrundstoff just saying das steht bei mir da irgendwie können wir aus Malachie Malachie Kupfer machen damit kann man bestimmt tolle Sachen bauen die gibt es überall zu sehen manchmal muss man um sie zu verstellen ne 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 Wagner weiß nix mehr das denken fällt ihr schwer Moment mal, da fehlt irgendwas, irgendwas hat sich hier nicht verbunden. Vielleicht brauch er wieder Luft. Warte, ich geh aber auch vor, um die Luft zu machen. Was ist das? Was ist denn das? Danke! Oh Gott, wie wir jetzt so runter bauen, ne? So schlimm. Ja, aber was ist das? Muss man das auch erst mal ansaugen? Hä? Ich kann das ja nicht mal aufheben. Ich darf manche Sachen, die du nicht aufheben kannst. Guck mal, wie da ein Licht glitzert, ey. Warte, Luft kommt. Ich hab noch so ein Ding mit Luft. Ich hab auch noch. Oh, super. Ich muss es mir nur herstellen, aber ich habe noch. Ich will doch jetzt runter, ey. Ich komme zu euch zurück. Wollen sie noch es holen? Ah, guck dir mal an, wie die Dinger leuchten. Ach, was weiß. Du wirst den Weg niemals finden, Schminker, ich sag dir das. Wieso? Oh, scheiße, ich hab kein Material mehr. Okay, da ist dein Tank noch voll. Ja, warte, ich mach auch, wenn du hier noch kurz Luft. Ich hab dir wo grad meinen Tanken, oder? Nimm dir ruhig meinen weg. Ich kann aber deinen nicht wegholen, weil da ein Schnellzugriffspunkt ist. Ich kann dir aber meinen Sauerstoff geben, meinen Luft. Hier. Dankeschön. Heißt aber viele Horrorspiele auf Steam. Ja. Horrorbraut? Horrorspiele? Fräulein Schminker hat extra viele Horrorspiele auf Steam. Immer. Das will ich eigentlich mitnehmen. Naja, vielleicht soll ich euch auch mal wieder für den Sauerstoff sorgen. Um sie zu verstehen. Um sie zu verstehen. Du, 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 du. Nein, 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 nein. Oh, ja. Da ist dein ganz süßes Ohrwohnbeschaffter. Hm? Oh, oh, oh. Oh, oh, ah, ah. Wow, ist das hier hübsch. Oh, 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 oh. Wer kann besucht das, ihr Lieben? Ja. Das hat jetzt ein bisschen was von Alice im Wunderland dort. Ein bisschen, ja. Oh, warte. Uh. Nein, nicht weg, Trötelein. Oh nein. Wieder mal nach jetzt. Mann, du immer mit deinem Scheiß Stängel hier. Ich mach meinen Tank auch mal wieder voll, ne? Ja. Oh, ich lass die Tröte, bevor ich drauf geh. Ich glaub, mein Tank ist nochmal voll, dann mach ich mal den Weg weiter. Ich merk schon, wir springen jetzt so viel höher. Wieso? Oh? Viel länger in der Luft. Ja, ja. Wie kommt's? Ich glaub, je näher wir den Erdkern kommen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin festgepackt. Äh. Oh, du hast schon drauf mit deinem Feck festpacken, ey. Amazing. Oh. In meinem Loch war was blaues glitzerndes. Ah, warum war ich? Weiß nicht, was das war. Tschüss, tschüss. Detakt musst du spielen. Ich hab keinen, der das mitspielt. Und ich kann doch nicht mal am Morgen aus. Wo geht's denn nach Hause? Ich glaub, hier. Bin mir nicht sicher. Angeplatzt. Wieso kann ich nicht mehr laufen, richtig? Chaos, was hat deine Luft auf? Oh, ja. Geht's hier nach Hause? Danke. Oh, ich hasse mich. Ich bin total falsch gelaufen. Ja, ich hab deswegen auch grad den Weg gewechselt. Gewechselt. Wesentlich und denn? Oho. Oho. Du hast wieder keins Zeug vorher. Nee, vor knapp. Tausch. Meiner ist voll. Oho, Glück gehabt. Ich schaff' ihn jetzt auf. Hab ihn. Dankeschön. Ja. Tricky das Loch. Diamantähnliche Zeug gefunden. Ja. Was ist das denn? Also den Weg, wo ich gelaufen bin, ist richtig krass. Wie geil. Es ist Zink. 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 Zinko. Oh, ich komme in die Zivilisation zurück. Also so halbwegs, ne? Schmink. Schmink ja jetzt mehr an. Ich würde dich gerne abholen. Das ist hier echt cool. Ja. Gleich. Auch mal schnell wieder hoch. Oh, ich hab' nen Sauerstofffilter gefunden. Glück gehabt. Geist. Und das, was... Gleich. ein chip seltene ressource hol dich mal mit doch das ding locket mal 8 hochhören hier brauchen wir strom ich komme zurück zum fliegenden ich bin tot wie kommt das pilz ding da spuckt stacheln was ist das so gar nicht mehr so geil urzl ja steht doch extra so dran kommen wir gleich noch mal ich will schminkern mit sofern ich die finde manchmal noch ein paar verbindungen für dich zielblende zielblende die sind sauerstofftank den behalte ich mal anja aber das energieblock soll ich auch dran lassen oder da nur noch mal mit ich muss jetzt dann eh gleich einmal ins bettel leidung nur ich stürze zu wünschen gucken ob wir nun gefunden haben ich komme kugel dann rauche ich einen wo seid du bist du du kommst mit bis zum Ah! Verdammt, jemand hat immer hier meine Markierung umgesetzt. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, da ist gar keine Markierung. Ja, da bin ich vielleicht geholfen. Ich hab hier versucht, deine ganzen Gefahrenquellen auszuwerfen, ja? Also, es ist jetzt hier keine Gefahr mehr im Verzug. Gefahrenquellen? Ja, dass du nicht dir wieder wehtun. Oh, ich hab hier eventuell ein Dach reingehauen. Kommt nicht so schnell runter, ehe ich dieses Loch nicht bereinigt habe. Okay. Nee, doch noch nicht. Oh Gott, ich hab hier auch... Ich komm schon. Ziemlich tief runter. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich hab ja alles kaputt gelacht. Also hier hat das noch echt öde, aber Pass-Move. Ja. Ich hab deinen Weg kaputt gemacht, ganz am Ende, Chaos. Es tut mir leid, ich versteh schon. Kann ich neu machen. Ich weiß es nicht. Kann man meinen Rucksack aufsammeln? Na ja, wir kommen eh immer noch dran vorbei. Ja, dann könnt ihr es ja mitnehmen, oder? Ja. Ich guck. Bist du tot? Ja. Ja. Ja, aber so ist es zu tief gefallen. Da war ja nichts drin. Ja, war im Rucksack. Doch. Sauerstofftank und Ding war drin. Ja, das Ding ist aber... Energie. Energie? Ja. Ja, so eine Energiequelle. Ja. Ich mach meine Felscam auch. Ich möchte eine rauchen. Ich bin gestorben. Das war jetzt richtig... Das war jetzt richtig gemein. Ey, wenn doch noch mal... Ne, ich rauche jetzt eigentlich. Dann muss ich dann aber zurücklenden. Und dann muss ich Hayaboo machen. Also nicht Hayaboo machen, aber dann langsam mal zum Ende kommen. Ja, nur noch der Ersteine. Aber dann versuchst du halt mal lebendig unanzukommen. Kann ich das Loch nicht morgen erkunden oder übermorgen? Genau, was wollen ihr morgen 22 Uhr zocken, falls ihr da seid? Mir ist egal, also... Ja, ich bin ja sowieso. So oder so morgen länger online. Äh, wie immer online. Das mein ich. Mein Gott, ich bin schon ganz dumm. Ja, dann komm ich mal nochmal runter, Glory. Ich bin grad am hochgehen. Verdammt. Ich brauche meine Sachennummer. Der eine kommt hoch, der andere geht rum. Diese können ja gleich wieder zusammen runtergehen. Ich würde heute auch maximal bis um 2 Uhr machen. Ja, ja. Ja, okay. Mein erster Spielstand, das hat er eigentlich... Deyla. Oh. Der Schminkhaus. Äh, äh. Na, ich glaube, ich hatte euch den genutzt. Ja, deiner. Das war ich... Aber sowieso gesagt, äh, bei dem ist es bitte deiner, weil... Ich weiß nicht, ob ich sowas komplett alleine spielen könnte. Ich bin dafür ein bisschen zu doof. Ja. Also warum man hier abstürzt, verstehe ich. Ja. Ja, ja. Ich habe nur irgendwie sehr wirr gebaut. Ich würde halt gerne wissen... Und hier unten ist jetzt das zerstört. Warte mal. Nee, tu weg diesen Stängel. Ja. Ah, hier kann ich nicht. Aber ich kann... Warte. Bin ich gestorben? Ah, hier. Nee. Okay. Ah, hier. Oh, meine Punkte behalte ich. Das ist schön. Punkte? Ja. Trinken, Schminker. Danke. Ha! Ich trinke. Ja, die Dinger brauchst du eh nicht. Ähm... Hol das doch mal bitte mit. Ich will nämlich gucken, was das da ist. Ich will nämlich gucken, was das da ist. Ich will nämlich gucken, was das da ist. Danke. So ein Stupfer jetzt. Was ist das? Mittlerer... Brauchen wir einen mittleren Sensorbogen? Lernt ihr auch was oder bin die Einzige die eh lernt? Nee, mir lernt das dann alle. Ja, Lena, die Punkte alle zusammen. Okay, wenn ich hoch gehe, will ich die hier noch mit. Du hast bestimmt einen Füllwert. Wo ist jetzt meine Sauerstoffverbindung? Oh! Großes Film. Schon hier noch einen Sauerstofffilter gefunden. Ja, den... Nee, nee. Der hat auch eine Verbindung gemacht. Oh, großer... Oh, die habe ich gut. Ach, die wollte ich schon. Äh, wir kriegen ein Auto, wenn wir... So viel, nicht so viel, nur eins hätte ich. Egal. Verhalte es bitte so, wie es ist. Wir kriegen ein Auto, wenn wir 5.000 Punkte haben. Wir haben gerade nur 2.000. Und wie kriegt man diese Erfahrungspunkte? Ja, wir brauchen aber erst mal die ganzen Materialien. Ja, so wurscht. Kann man ja trotzdem lernen, oder? Ja, genau. Aber ich würde erst mal die Sachen lernen, die wir jetzt nutzen können. Ach so. Warte. Hier ist so viel Material. Okay, ein Sauerstofffilter. Kann ich nicht nehmen. Ist doch nicht, Chloe. Alle oben, hops rum. Nee, wir haben schon alles. Hopsen sieht anders aus, mein Lieber. Hm. Bei dem? Haben wir auch schon alles. So, warte mal. Nee. Nee, wir können nichts mehr lernen. Also, man kann nichts... Naja, wir haben nur noch 29 Bytes, ne? Also, die Dinger, wo du gerade im Auge hast, die kosten 10.000 Bytes. Ups, so. Das ist so ein leichter Unterschied. Aber der Mond geht davon schnell unter, ne? Ja, gut. Aber ich glaube, wir sind nicht abhängig vom Tageszyklus. Nee, nee, das nicht, aber... Boah, hier sieht's aus, gell? Oh Gott, was habt ihr denn hier für Löcher? Das sind intelligente Löcher, wenn du die meinst, wie ich meine. Ah, die brauchen wieder Rezepte da, ne? Rezepte! Achso, put you! Kann ich sonst echt nix machen? Wieso geht denn da die Tür auf? Getreten. Damit du dich reinsetzen kannst, zum Speichern, glaube ich. Nee, ich glaube, wenn wir fliegen, damit kann man... ja auch. Ja, ich glaube, das Teil bleibt auf jeden Fall bestehen. Da kannst du nix machen. Was ist das? Aha! Aber der hat halt nicht so viele Anschlüsse, gell, das Ding? Was kann ich aus dem machen? Nichts. Was kann man nie machen? Nichts. Aber damit untersuchen. Ah, geil! Boah! Wir müssen unbedingt ein paar Wege breiter machen und irgendwie sowas wie ein Ende hin machen, damit wir dagegen crashen können beim runterrutschen. Was ist das? Minkas Loch ist einfach nur ein Todesloch. Okay. Ey! Warum ist mein Loch immer ein Todesloch? Na, weil es groß und tief ist und man runterfallen kann. Na, weil ich sterben kann. Was kann ich jetzt hier machen? Beseitepöken. Einmal Spaß drin gehabt und das liebens beendet. Hallo! Aber da muss man doch irgendwas rauflegen können, oder? Oh! Du machst das jetzt gerade nicht besser. Ah, schön. Muss man das Auto hier rauf? Jetzt verbaut die mir nochmal alles. Schäm dich. Ich schau doch nur! Guck mit den Augen, Fräulein. Hab mir Mama schon beigebracht. So, ich hab jetzt noch zweimal Zink hinten drauf. Wo mach ich denn Zinken? Haben wir schon. Zink macht man auf den Wunden, Bobo. Haben wir, haben wir. Mann, ihr Zinkblender. Lateriert. Und wie speichert man hier? Malachit ist neu. Ja, hier ist Malachit. Ganz viel. Hallo. Hallo. Ich glaub, du musst in dieses Ding rennen. Ah, ah ja. Hallo. Ich seh dich. Wer auch immer du bist. Schmink ja, ich hab noch deine Sachen. Oh, danke. Hm, das ist Glorietta gewesen. Ich bin ganz weiß. Ja, klar. Ich hab eine Glorietta. Es ist nur Sauerstoff draufgepackt. Schmink da. Ach so. Das war dir. Das war dir. Jaooh! Jaaaa! Jaaa! 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 Das hat ein Verpacker. Ja huhu! Ah, meine Nase juckt. Ich werde jetzt aber aus dem ... Achtung! DUDEDUDODUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD. Das ist denn A2 und der ENZ? Das ist die 7! Geschick? Nee, gib bei mir nicht. Drückt auf G, und dann gibt's links der Hühnertanz. Gib bei mir nicht! Nee, Wir müssen uns. Geht nicht! Also unter G habe ich ... Achso. Hab ich auch die Welle. Der Ententanz. Ja, es ist der Ententanz. Aber ich geh schon mal aus dem Spiel raus jetzt, ja. Oh, wie cool. Wie kann ich denn speichern? Du hast den Hammerdance? Ja, das ist die 8. Wie kann ich denn speichern? Ich hatte das hier. Ach, du meinst das hier. Ja, das ist das. Ich glaub, das ist der MC Hammerdance. Wie du speichern kannst? Ich glaub, du musst dann einen Traumschiff rin. Probierst mal, wenn du dich hier reinsetzt, was dann passiert. Hier so. Genau. So F. Zack. Mhm. Ach, das ist gesperrt. Ah. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Den kann ich nehmen. Aha. Und das da ist einfach rausgehen, oder? Jupp, ich glaub schon. Lips. Sauerstoffmacher, mittlerer Schredder. Hier, einen mittleren Schredder. Darum können wir den ganzen Schrott weg tun. Oho. 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 Vielen Dank.